Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. Da sind wir wieder und wir sprechen über die Might & Magic Serie. Das hast du dir doch lange gewünscht, oder? Ich habe mir das wirklich lange, lange, lange gewünscht. Und dann war es ja jetzt noch auf Messers Schneide, denn wir haben ja abstimmen lassen über dieses Thema, haben unsere Unterstützer gefragt, welchen Teil des Might & Magic Universums sie von uns hören möchten. Lieber die Stammserie, also die Rollenspiele, oder die Strategieablieger, Heroes of Might & Magic. Sehr populäre Serie, populäre und tolle Spiele. Oder Dark Messiah of Might & Magic als mal einen moderneren Spin auf das Ganze. Und dann hat die Rollenspielserie gewonnen. Deswegen sprechen wir heute darüber. Das hätte genauso gut aber auch Heroes sein können. Das stimmt. Die Heroes-Spiele habe ich wie jeder andere auch exzessiv gespielt. Leute würden sagen, zu exzessiv. Aber die Might & Magic Serie habe ich nie angefasst, die Rollenspielserie. Und das ist ein bisschen komisch und das fällt mir auch jetzt erst so richtig auf, wie stark meine Lücken in den alten Rollenspielserien sind. Ich habe natürlich die ersten Ultimars gespielt, aber auch nur die ersten. Und ich habe sowas wie Rogue gespielt. Bard's Tale doch bestimmt. Und Bard's Tale natürlich. Und davor habe ich so die Donjon-Spiele Gateway to Upshade gespielt. Aber ich habe weder Wizardry gespielt, noch Might & Magic. Die habe ich komplett ausgelassen. Und Wizardry musste ich ja jetzt neulich schon wieder einsteigen. Das war so eine mitteltolle Erfahrung. Und jetzt hat es mich auch noch mit Might & Magic erwischt. Da haben wir es. Ja, ich bin ausgesprochen gespannt zu hören, wie deine Erfahrung mit Might & Magic war, als jemand, der spät zu der Serie gekommen ist. Ich bin mit Might & Magic aufgewachsen. Und vor allen Dingen die Teile 3 bis 5 waren zeitweise meine liebsten Rollenspieler. Und ich habe auch heute noch einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen für die. Und wir sprechen heute, wenn wir über die Might & Magic Rollenspielserie reden, dann sprechen wir nur über einen Teil davon. Die ist ja mittlerweile bei 10 Teilen angelangt. Und wir schneiden uns da die erste Hälfte raus. Also nehmen Might & Magic 1 bis 5. Warum? Nun zum einen, weil es von Teil 5 dann auf 6 einen technologischen Wechsel gibt, eine neue Engine. Und zum anderen, weil dort auch der Storybogen, der erste Storybogen der Serie zu Ende ist. Die Teile 1 bis 5 erzählen eine mehr oder weniger durchgehende Geschichte oder sagen wir mal, sind zusammengehalten von einer verbindenden Rahmenhandlung und einem verbindenden Universum. Und diese Story endet dann mit Teil 5. Und das ist eine gute Gelegenheit, um das also als eine Einheit zu begreifen und über den Anfang der Serie bis zu ihrem Höhepunkt zu sprechen. Denn was danach kam, kann man da wieder vergessen. Was? Ich dachte, 6 wäre der Höhepunkt. Da gehen die Meinungen ja auseinander. Ich bin nicht so begeistert vom sechsten Teil und den folgenden. Aber das wird dann mal eine Geschichte für eine andere Folge sein. Naja, ohne zu weit vorgreifen zu wollen. Ich kann sagen, dass es schwierig ist, sich dem ohne nostalgische Verklärung zu nähern, der Serie heutzutage. Ja, aber für welche Serie aus den 80ern gilt das nicht? Ah, ich hab gedacht, also wir wollen das nicht vorgreifen, aber ich hab gedacht, ich bin vielleicht der Serie gegenüber ein bisschen ungerecht. in meinen ersten spontanen Urteilen und hab dann aufgehört, die zu spielen und ein paar andere Serien nochmal gespielt. Zum Beispiel das kurz danach erschienene Lens of Lore oder Pool of Radiance, das ja auch in diese Zeit fällt, das hatte ich ja vorher schon mal gespielt und so. Ehrlicherweise halten die alle nicht mehr so gut stand, aber das erste Lens of Lore und Dungeon Master sind heute noch sensationell und viel besser als alles andere. Da würde ich hier gar nicht widersprechen. Ich glaube nur, dass Might & Magic eine andere Art von Spielerfahrung bietet und auch bieten möchte als diese Rollenspiele. Jaja, der Vergleich ist unfair. Na, unfair ist er nicht, nee, nee. Obwohl der Vergleich zu Lens of Lore ist volle Kanne fair. Der Vergleich zu Dungeon Master ist ein bisschen unfair. Das ist eine ganz andere Art Spiel. Ja, ist ein bisschen eine andere Art Spiel. Das stimmt, aber ich meine, Lens of Lore leitet sich ja aus Eye of the Beholder her und das wiederum aus Dungeon Master. Also da sind wir jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Aber das ist ja auch okay, dass große Rollenspielserien, und Might & Magic ist eine davon, parallel nebeneinander stehen können. Und man ist ja eigentlich ganz froh, gerade bei diesen älteren Rollenspielserien, wenn sie mal ein bisschen andere Schwerpunkte setzen und vielleicht ein bisschen andere Spielerfahrung bieten wollen. Und zumindest für die Might & Magic Serie Abteil 3 gilt das schon, würde ich sagen. Da findet die so ihre eigene Formel. Und das müssen wir dann aber herausarbeiten, damit wir das auch angemessen würdigen, wir beide, Gunnar. Ja, das machen wir, das werden wir angemessen würdigen. Wir reden über Rollenspiele. Müssen wir das ganze Rollenspiel-Ding definieren? Nein. Nee, ne? Die Leute wissen, was Rollenspiele sind. Ja, ich hoffe es. Dann gehen wir doch in Medias Res und fangen mit der Vorgeschichte zu Might & Magic an. Genau. Und da landen wir bei einem jungen Kalifornier. Der heißt John van Canegam und wächst in Hollywood auf. Und der wächst auf mit Spielen, und zwar vor allen Dingen mit Brettspielen, die er exzessiv spielt schon als Kind, und dann mit Pen & Paper Rollenspielen und mit Tabletop Wargames. Also da gibt es kaum etwas in diesem Bereich, was ihn nicht begeistert. Er sammelt die auch und spielt sehr viel. Und dann begibt es sich, dass er mit der Schule fertig ist und zu studieren anfängt. Und zwar an der University of California in Los Angeles. Da schreibt er sich für ein Medizinstudium ein und stellt dann fest, dass er jetzt durch das Studium weniger Zeit dafür findet, Brettspiele zu spielen und sich mit anderen zu treffen. Und stattdessen entdeckt er dann aber für sich den Computer, nämlich den Apple II, um genau zu sein. Also der Beginn der Erzählung mit den Brettspielen, da waren wir in den 70ern. Mhm, genau. Der ist ungefähr mein Alter, der Canegam, ein bisschen älter. 1974 ist das magische Datum, da ist D&D erschienen und das hat die ganzen nächsten Jahre beeinflusst und ganze Generationen von amerikanischen Nerds herangezogen. Dann das Bänden der Schule und das Unistudium, da sind wir dann Anfang der 80er. Richtig. Und da entdeckt er, wie gesagt, ein Apple II für sich, kauft sich oder legt sich ein Apple II zu und entdeckt dort die Computerrollenspiele darauf. Also vor allen Dingen das erste Ultima und das erste Wizardry, zwei der großen Rollenspiele. Und die sind für ihn so eine Art Ersatzbefriedigung. Wenn er nicht die Gelegenheit hat, mit seinen Freunden auf dem Brett, auf dem Tisch zu spielen, dann sitzt er am Computer und spielt exzessiv diese Spiele. Also so exzessiv, dass er nach eigener Aussage sowohl Ultima als auch Wizardry mehrmals durchspielt. Sechs, sieben, acht Mal durchspielt, bis es ihm so unglaublich langweilig ist, dass er sich bei seinen Freunden beschwert, dass er nichts mehr zu spielen hat und die ihm dann vorschlagen, vermutlich so halb im Scherz, dann soll er sich halt ein eigenes Spiel schreiben auf dem Computer. Und diese Idee reift dann in ihm. Er wechselt dann auch sein Studienfach von Medizin weg auf Mathe und Informatik. Da sind wir jetzt im Jahr 1983 und während seines Studiums parallel zum Studium beginnt er auf seinem Apple II dann ein eigenes Rollenspiel zu schreiben. Das ist für ihn eine große Entscheidung, denn er kommt aus einer Ärztefamilie und seine Eltern wollten gerne, dass er diese Familientradition fortführt. Das lässt er dann sein, unter diesem starken Eindruck, dass halt Computer und Computerspiele wichtig sind. Dann will er sein eigenes Spiel machen, aber er hat schon sofort eigene Vorstellungen, wie das Genre zu erweitern wäre. Wir haben ja oft, wenn wir mit Entwicklern gesprochen haben oder auf die ersten Werke von Entwicklern geguckt haben, gerade auch deutschen Entwicklern, dann sind das so stark derivative Werke als Nachahmungen von anderen Sachen. Und er macht das schon auch. Sein erstes Werk lehnt sich sehr stark an Wizardry an. Aber er verändert den Fokus dieses Spiels. Wir haben über Wizardry gesprochen in einer Folge. Das ist ein reiner Dungeon-Crawl. Man beginnt auf der Oberfläche und geht dann einfach in die Dungeons runter und ist immer unter der Erde, immer im Dunkeln, in einer künstlichen Welt. Und das wollte er nicht. Er wollte eine offene Welt machen mit zusätzlichen Questen, mit Rätseln und mit einem Fokus auf das Erforschen einer Welt und das Entdecken. Es ist ja nicht so ungewöhnlich in dieser Zeit, dass Studenten, gerade Informatikstudenten an der Uni, in Kontakt kommen mit Spielen auf den Mainframes und dann daraus Spiele ableiten für den Heimcomputer. Das war genau die Geschichte, die wir bei Wizardry erzählt haben, dass auf diesen Uni-Mainframes dann Sachen wie Padded 5 laufen, also so frühe Rollenspieler, wo Studenten dann sagen, ach komm, das können wir doch auch irgendwie versuchen zu übertragen auf unseren Heimcomputer, auf unseren Apple II oder auf unserer Atari 800, 400 oder sonst irgendwas. Und nun könnte man denken, das ist ja auch die Origin-Story, aber das scheint gar nicht zu sein. Der John van Kranegam studiert zwar Informatik, sagt aber später, das Studium hat ihm so gut wie Null gebracht für seine Programmiererambitionen. Die arbeiten da auch auf Mainframes, die programmieren da teilweise noch mit Lochkarten. Aber seine formative Erfahrung mit Spielen, mit Rollenspielen, findet schon auf dem Heimcomputer statt. Also wie gesagt, auf dem Apple II, inspiriert durch Ultima und Wizardry. Das sind seine Blaupausen, das sind die Absprungpunkte für ihn. Und wie du gerade schon gesagt hast, davon grenzt er sich auch schon ab. Also das beginnt schon an diesem Zeitpunkt, dass er sagt, ja, also schon irgendwie, wie Wizardry ja auch in der Perspektive und so, aber dann halt doch auch anders in diesem und jenem Punkt. Und er arbeitet dann in der Folge drei Jahre lang an seinem Spiel. Gunnar, warum dauert das so lange? Naja, erstmal kann er das ja gar nicht. Er muss ja alles lernen. Das ist ja jetzt nicht die Zeit, wo man ins Internet geht oder einen Programmiererkurs macht oder so. Und tatsächlich, wie du eben schon sagtest, an der Uni lernt man auch nicht, wie man einen Heimcomputer programmiert. Und er muss ja noch studieren. Also er hat die zusätzliche Belastung durch das Studium. Er muss sich alles selber beibringen. Und er ist auch so ehrgeizig, nicht eine Basic-Variante zu nehmen, sondern er schreibt alles direkt im Assembler. Also er macht alle Routinen selber. Es gibt keine Tools oder irgendwas, was ihm hilft. Er programmiert sozusagen direkt am Blech und versucht, das alles selber zu machen. Und es wird zumindest nicht berichtet von irgendeiner Art von Austausch. Das haben wir ja auch öfter gehört, dass es da so Clubs gab oder Gruppen von Leuten, die dann ihre Werke geteilt haben. Und aus der Carnegiem-Geschichte kommt sowas gar nicht. Das klingt so, als hätte er alleine in seinem Kämmerlein gesessen und alles selber gemacht. Und auch sich alles selber angeeignet. Ja. Außer seiner Frau. Die hat ihm ein bisschen geholfen, aber die hat auf der Textseite geholfen und nicht auf der Programmierseite. Genau. Michaela, seine Frau. Er spricht das Michaela als Amerikaner. Ja, ich konnte jetzt nicht rausfinden, ob die deutsche Wurzeln hat, aber es ist ja zumindest ein deutscher Name. Und er muss ja dann auch jung geheiratet haben, wenn die damals schon seine Frau war. Ja, schon im Studium. Ja. Und er hatte noch nicht mal einen richtigen Beruf. Nee, das muss Liebe sein. Nun ja, also sie unterstützt ihn da jedenfalls. Durch ihr Interesse an Geschichte und Mythologie gibt sie ihm dann Inspirationen davon, was in seiner Welt so alles los sein könnte. Ja, und nun haben wir ja schon gesagt, John van Cormacan ist Fan von sowohl Wizardry als auch Ultima und muss sich dann entscheiden, okay, welche Perspektive wähle ich denn jetzt für mein Spiel. Denn Ultima zeigt die Welt ja von oben aus der Draufsicht und wechselt dann nur in den Dungeons in eine Ich-Perspektive. Und Wizardry bleibt konstant in der Ego-Perspektive, diesem Dungeon-Crawl. Letztendlich entscheidet sich dann John van Cormacan auch für die Ego-Perspektive. ihm gefällt die Vogel-Perspektive zwar ganz gut, vor allen Dingen für Kämpfe. Also ich meine, er ist ja ein alter Tabletop-Spieler. Also auch in diesen ganzen Pen-and-Paper-Rollenspielen werden die Kämpfe ja dann auf Brettern ausgetragen. Das passt eigentlich ganz gut in seine Vorstellung davon, wie so ein Kampfsystem sein könnte. Aber letztendlich ist die Immersion das Ausschlaggebende. Aus der Ego-Perspektive fühlt man sich einfach mehr drin in der Welt, denkt er. Und dementsprechend entscheidet er sich dafür. Und es steht auch außer Frage, dass das ein partybasiertes Rollenspiel ist. Also dass man da nicht alleine rumzieht, sondern dass man da Kollegen dabei hat. Das ist auch schlichtweg der Standard der Rollenspiele dieser Ära. Also wenn man sich die beiden Urväter also nebeneinander legt, also Ultima und Wizardry, also die Spiele, die er nach eigener Aussage sieben bis acht Mal durchgespielt hat, dann entscheidet er sich, wenn er von einer von den beiden Blaupausen eher folgt, dann für die Wizardry-Blaupause. Also das Ultima ist ja auch ein Solo-Rollenspiel. Also da bist du mit einem Charakter unterwegs und das Wizardry ist ja halt schon ein Partyspiel. Er lehnt sich also dann an Wizardry an, sowohl in der Tatsache, dass es eine Party hat, als auch in der grafischen Darstellung. Die ist auch sehr ähnlich. Wir haben da diese Gitter-Grafik, aber halt aus der Ego-Perspektive. Aber er nimmt sich auch was von Ultima, nämlich es spielt auf einer Welt, wo Wizardry ja nur nach unten geht. Ein reiner Dungeon-Crawler ist ja ein Ultima-Spiel, das eine Oberwelt hat, also wo man über einen ganzen Kontinent laufen kann. Und das wollte er schon auch. Und da macht er jetzt eine Art Zwischenversion. Du hast diese Ansicht aus Wizardry, aber du läufst halt nicht in einem einzelnen Dungeon rum, sondern auch in Städten und zwischen den Städten. Das reicht nicht bizarr, weil natürlich können die Engines dieser Zeit das nicht darstellen. Im Endeffekt besteht diese ganze Welt von Might & Magic, dem ersten Spiel. Das trägt den Untertitel Book 1, Secret of the Inner Sanctum, also Buch 1. Da wird schon nahegelegt, dass es da vielleicht noch Fortsetzungen geben könnte davon. Und das Grundraster dieser ganzen Welt sind 16 mal 16 Felder große Karten. Also wir sind ja hier noch in einer Welt, in der auch wenn du da aus der Ego-Perspektive reinguckst, du dich trotzdem schrittweise durch diese Welt bewegst. Und das ist wie bei Bardstown oder Wizardry, wer stellt die Engine dann halt die Wände dar an der Seite oder auch in der Ferne. Du siehst so vier, fünf Felder oder sowas in die Tiefe. Und so eine Stadtkarte zum Beispiel wie Swapagal, die Startstadt von Might & Magic 1, besteht aus 16 mal 16 Feldern. Und da drin gibt es dann ein Gasthaus und ein Waffenschmied und ein Nahrungsladen und ein Trainingsgeländer. Und in dieser Stadt auch nur so ein paar Seitengänge, in denen Statuen stehen. Und es gibt ein Gefängnis und ein paar leere Räume mit Monstern drin und so weiter. Also da passt schon ein bisschen was rein. Und solche 16 mal 16 großen Karten nimmt das Spiel dann auch für Dungeons zum Beispiel, für Höhlen, für Verliese und so weiter. Die können dann auch teilweise aus mehreren Stockwerken bestehen und so weit, so gut. Aber es benutzt sie auch für die Oberwelt des Spiels. Dort funktioniert es dann einfach so, dass diese 16 mal 16 Felder Karten nicht untereinander angeordnet werden, wie bei einem Dungeon Crawler wie Wizardry, wo du halt immer ein Stockwerk tiefer gehst, sondern sie grenzen einfach aneinander. Also wenn du aus einer Karte rausgehst, nach Osten zum Beispiel, kommst du in der nächsten aus Westen dann wieder rein. Und so bildet sich in Might & Magic 1 eine Oberwelt. Und diese Oberwelt, die besteht also aus fünf solchen 16 mal 16 Felder Karten, die dann aneinander gereiht werden in der Länge und vier in der Tiefe. Und damit haben wir also eine Welt, die aus 20 solchen Levels sozusagen besteht. 80 mal 64 Felder. Das klingt auf dem Papier nicht so viel 80 mal 64. In der Praxis ist das aber riesig. Ja, gigantisch ist das. Wirklich eine endlose, eine gigantische Welt. Und diese anderen 16 mal 16 Felder, die du beschrieben hast, die Dungeon Levels und die Städte und die Burgen und die Höhlen, das kommt ja alles noch dazu. Man läuft über diese sich gigantisch anfühlende Karte und dann kommt man an einem einzelnen Feld, an so ein Dungeon Feld oder sowas, und dann geht man da nochmal zwei, drei Level in die Tiefe oder so. Und insgesamt ergibt das einfach eine Riesenkarte. Genau. Und eine Karte, die man natürlich erkunden muss und auch kartografieren muss. Das ist der Usus der Zeit. Im Spiel liegen auch so ein paar Kartierungsraster dabei, ein paar Vordrucke, die man sich dann selber kopieren soll, weil man natürlich mit den drei oder vier, die da mit dabei liegen, nicht weit kommt. Und damit muss man sich die ganze Welt dann erschließen. Außen der Packung liegt aber vor allen Dingen auch eine gedruckte, farbige Karte dieser Spielwelt bei. Und das ist eine Zeichnung, eine recht detaillierte Zeichnung von der Welt. Und da sieht man schon darauf, dass es dort einiges in der Welt zu entdecken geben muss, weil die ist vollgepflastert mit Orten. Das sind kleine Städte wie eben diese Sorpigal. Das sind Schlösser, die auf der Karte verteilt sind. Das sind natürliche Orte wie im Nordosten eine große Wüste zum Beispiel. Im Nordwesten zieht sich ein riesiger Gletscher in Richtung Süden, grenzt dort ein, ein Meer, in dem lauter Inseln verteilt sind. Und überall dazwischen sind kleine Namen eingezeichnet. Brisbane Bay auf der einen Seite, Blackridge Castle in der Mitte, die Eastern Barrier zwischen der Wüste und dem großen Wald, der dort im Südosten ist. Dort ist dann der Sumpf des Todes. Und auch auf der Karte sind an dieser Stelle schon so ein paar kleine Zeichnungen drin, von einem Drachen zum Beispiel, der da sitzt, oder von einem Ritter, der über eine Ebene schreitet. Was noch illustrativ ist, an dieser Stelle wird dann in späteren Teilen viel mehr auch deskriptiv. Also was für Monster und Gegner man zum Beispiel auch wo entdecken kann und wo etwas versteckt sein könnte. Hier ist das noch ziemlich geografisch, diese ganze Karte. Aber die ist schon so vollgepflastert mit Orten und mit eben diesen geografischen Eigenheiten, dass man allein da schon drauf gucken kann und sich vorstellen kann, wow, was es wohl hier alles zu entdecken geben muss in dieser Welt. Das ist eine wunderschöne Karte. Also es sieht sehr gefällig aus, detailliert gezeichnet, bunt. Und sie erzeugt so ein Zusatzgefühl für dieses Land, weil sie hat halt sozusagen Biome. Genau. Die kannst du halt hier sehen. Also du hast halt eine Wüste und Wälder und Gletscher und das Wasser und so. Und das findet sich natürlich auch in der Welt des Computerspiels wieder. Aber da ist halt die Darstellung sehr rudimentär. Wir sind ja noch hier im Jahr 1986. Also da kann diese Engine mit diesen Gittergrafiken, du hast es beschrieben, da jetzt nicht zufriedenstellend diese Biome darstellen. Und diese Karte trägt schon sehr dazu bei, diese Welt lebendig werden zu lassen. Ja, wir sind hier auf dem Apple II, also einer grafisch-vergleichweise Krudenmaschine. Aber Might & Magic 1 und John van Kennegan bemühen sich schon auch in der Grafik des Spiels, natürliche Begebenheiten wiederzugeben. Also wo natürlich Dungeons und Städte aus Steinwänden bestehen, hast du die Begrenzungen, wenn du draußen dann unterwegs bist, in den Wäldern zum Beispiel, in denen dann da halt Baumreihen als Wände stehen. Oder angedeutete Bergketten, die dann wiederum Hindernisse bieten und so weiter. Man erkennt schon, auf krude Art und Weise, aber man erkennt schon, dass man jetzt nicht gerade in einer Stadt oder einem gebauten Terrain unterwegs ist, sondern in einem natürlichen Terrain. Und was diese Karte auch leistet, die dabei liegt in der Packung, ist natürlich die Fantasie zu wecken, was man da wohl alles entdecken können mag. Und aber auch Ziele zu setzen, weil ich ja zum Beispiel auf diese Karte draufgucken kann und kann sehen, aha, da ist ein großer Vulkan im Süden der Karte, der von Inseln umringt ist. Den schaue ich mir doch mal an, da gehe ich doch jetzt mal hin. Natürlich sind die Wege dorthin jetzt nicht unbedingt einfach und nicht unbedingt gerade, aber das ist ja auch gerade das Spannende daran, dass es mit dazugehört im Spiel dann zu schauen, wie könnte ich denn da hinkommen. Und das ist etwas, was andere Spiele, andere Rollenspiele dieser Ära eher nicht haben, also vor allem die Dungeon Crawler nicht, weil da gibt es ja schlichtweg keine solche Oberweltkarte. Und von den Kerker-Ebenen, die immer tiefer runterführen in einem Bard's Tale oder in einem Wizard Tree oder sowas, da hast du in der Regel keine Kartenrepräsentation, weil die sollst du dir ja erschließen. Das soll ja dann die Überraschung sein. Das ist schon ein tolles Pfund, das Might & Magic hier ins Feld führt, nämlich, dass es von vornherein dir eine große, offene Spielwelt präsentiert mit vielen interessanten Zielen und dass es dich hier auch relativ frei erkunden lässt. Genau, du hast die Grafik angesprochen. Natürlich bemüht sich das Spiel, das ein bisschen anzudeuten, diese Biome, aber wir sind hier in dieser frühen Zeit. Es gibt noch keinen Fußboden und keine Decke. Also wenn man draußen rumläuft, dann ist halt der Himmel schwarz. Das sieht dann halt doch ein bisschen aus, als würde man durch einen Dungeon laufen. Aber die Illusion funktioniert schon. Man hat schon das Gefühl, dass man in dieser großen Welt unterwegs ist. Genau, und was macht man jetzt in dieser Welt? Also wir hatten schon gesagt, das ist eine Heldenparty. Das ganze Rollenspielsystem ist ziemlich klassisch und sehr stark inspiriert von Wizardry und das wiederum ja inspiriert von Dungeons & Dragons. Das heißt, auch hier haben deine Charaktere eine bestimmte Klasse und eine bestimmte Rasse. Also das sind relativ naheliegende Sachen, sowas wie ein Ritter, ein Paladin, ein Magier, ein Kleriker und so weiter. Sie haben eine Reihe von Attributen, die bis 18 ausgeprägt sein können. Also genau wie Dungeons & Dragons. Sich im Laufe des Spiels dann aber noch steigern. Und du hast halt so eine Handvoll Basisrassen wie dein Zwerg, den Elf, den Menschen, den Halborg und so weiter. Also da ist nichts originell daran, das ist ein ganz konventionelles Derivat von Dungeons & Dragons. Ja, ist noch sehr nah am ursprünglichen Dungeons & Dragons Setup. Es gibt sogar eine Geschlechterauswahl bei der Charaktererstellung. Und der Gesinnung. Und der Gesinnung, genau. Und das ist es erstmal, wenn du Wizardry gespielt hast oder vielleicht Ultima oder so, bist du da schon einigermaßen zu Hause in dieser Art Spiel. Also es folgt da den grundlegenden Konventionen, auch in der Bewegung und in dem Kampf. Wenn du in Kämpfe gerätst, kannst du die Monster aus einer Entfernung sehen, aber nicht aus einer Entfernung angreifen. Dann kommst du auf dasselbe Feld und dann läuft so ein runden Kampf ab, wie bei Wizardry, wo man sich gegenübersteht und dann halt in Textform zuschlägt, wie das damals war. Alles relativ einfach. Und du hast natürlich, du hast eben erzählt, unterschiedliche Charakterklassen. Du hast natürlich auch Magier und Kämpfer in diesen üblichen Rollen. Die Magier zaubern zu bestimmten Zeiten, können aber anfangs nichts. Und die Kämpfer passen auf die Magier auf und später ist es umgekehrt irgendwann. Also diese ganz klassische Power-Dynamik, die solche Spiele haben. Erstmal alles ganz gewöhnlich. Ungewöhnlich war, dass du in der ersten Version des Spiels, das habe ich aber jetzt so nicht erlebt, sondern nur nachgelesen, dass du da unbewaffnet unterwegs warst? Nee, in der ersten, allerersten Version des Spiels haben die Leute nur eine Keule als Ausrüstung. Und sie haben aber kein Geld und sonst nichts dabei. Genau, also du fängst quasi nackt an am Anfang. Und dadurch wurde das Spiel schwerer als nötig. Man kann sich darüber streiten, ob das wirklich ein sehr schweres Spiel ist. Aber durch diesen Anfang, wo die Party nicht mal eine Anfangsausrüstung hat, ist es halt ein bisschen schwerer geworden als nötig. Das wurde in späteren Versionen dann geändert. Ja, schwer ist natürlich immer relativ. Ich vermute, dass es unter den Rollenspielen dieser Ära, also erschienen ist es im Jahr 1986, das erste Might & Magic Ende 86, dass es da unter den Bard's Tales und Wizard Trees dieser Zeit, vielleicht als Ultima nochmal eine Ausnahme, aber dass es da eher unter den zugänglicheren Spielen war. Und das ist natürlich immer relativ, vor allen Dingen aus einer heutigen Perspektive. Das hat Zufallskämpfe das Spiel, zumindest teilweise. Teilweise sind die Monster auch auf festen Kacheln, die du dann betrittst. Und dann wird ein Kampf ausgelöst. Aber man kann sie nicht sehen von der Ferne, sondern da trittst du auf dieses Feld und dann ploppt ein Kampf auf. Und was für ein Kampf, das ist es aber zufällig. Also da wird ein bestimmter Gegnertyp, der halt vorkommen kann in diesem Level und eine bestimmte Menge wird vom Spiel ausgewürfelt. Und du kannst da bei diesen Zufallszusammentreffen, kannst du Glück oder Pech haben. Also Pech in dem Sinne, dass du auch mit einer Anfängerparty im Anfängergebiet, in der Stadt oder dem Dungeon darunter schon auf Gegner in einer Menge Zusammensetzung treffen kannst, die dich auslöschen. Was das Spiel von dir möchte in so einem Fall, ist, dass du das natürlich irgendwann lernst und dass du dann einfach wegläufst. Weil das durchaus eine Option ist, zumindest vor einem Kampf zu fliehen. Nicht mehr, wenn du im Kampf bist. Aber vorher kannst du sagen, okay, ich will hier gar nicht kämpfen, ich will weglaufen. Das funktioniert nur meistens nicht. Da sagt das Spiel, ja, sorry, nichts ist mit weglaufen. Hier wird gekämpft. Das ist auch eine krass unbefriedigende Mechanik in solchen Spielen, weil du dich ja doch in relativ engen Pfaden bewegst. Also zum Beispiel in einem Dungeon in den Straßen einer Stadt und so. Und das Weglaufen führt dann ja zu Meilen dazu, dass du dann einfach in das nächste Monster läufst. Ja, und du dich verirrst in der Karte, wo du gerade bist, wenn du sie noch nicht kartiert hast. Genau, den Weg noch verlierst und so, das ist nicht so gesund. Und eigentlich musst du da diese Kämpfe durchstehen. Und wenn die zu schwer sind, ist das ein bisschen unfair. Du hast schon recht, das kann man jetzt nicht mehr so stark nachvollziehen aus der heutigen Zeit. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es ein krass schweres Spiel ist oder dass es schwerer ist als Wizardry. Ja, wie gesagt, das kommt immer darauf an, was man mit schwer meint. Also es ist ein ziemlicher Grind, gerade am Anfang. Bis deine Party das erste Mal im Level aufsteigen kann, dazu muss sie Erfahrungspunkte und genügend Geld verdienen, musst du ein paar Dutzend Kämpfe schon bestehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da einer dabei ist, der dich auslöscht, ist relativ groß. Das heißt, gerade am Anfang, das ist ein Speichergrind. Speichern kannst du nicht frei, sondern du musst dann immer wieder zurück schön ins Gasthaus und dort wird dann deine Party auf die Diskette gespeichert. Das ist halt immer ein bisschen ein Akt, aber die Bewegung ist ja relativ schnell in diesen Spielen. Von daher geht das schon. Aber du musst dich halt erstmal so rantasten und erstmal deine Ausrüstung zusammenkaufen und mal so ein bisschen grundlegendes Zaubern lernen und vielleicht mal eine Stufe zusätzlicher Zauber für deine Magier dazu bekommen. Und dann geht so langsam, dann kannst du da raus in die Welt. Und wenn du erstmal vertraut bist mit der Art und Weise, wie das Spiel funktioniert und wie die Kämpfe funktionieren, dann wird es nicht mehr so schwer. Dann kommt man ganz gut durch. In der Natur dieser offenen Welt ist natürlich, dass du in Regionen gehen kannst, in denen du eigentlich noch nichts verloren hast. Das heißt, es gehört schon auch ein bisschen dazu. Und das gilt übrigens für die ganze Serie dann auch nach später raus. Diese Freiheit hat halt auch ihren Preis, nämlich du musst halt auch selber durch Trial and Error ein bisschen rausfinden, wo soll ich denn jetzt gerade sein und wo soll ich vielleicht noch nicht sein? Und dann gehe ich vielleicht gerade erstmal woanders hin. Aber Kämpfe zu schlagen und zu gewinnen ist ja nur ein Aspekt von schwer, zumal bei Rollenspielen in dieser Zeit. Der andere Aspekt ist ja, was will das Spiel eigentlich von mir auf einer Rätsel-Ebene? Weil solche Rollenspiele können ja nicht auskommen in der Zeit einfach nur mit hier ist Gegner, hau drauf und geh zum Ausgang des Dungeons, sondern die wollen ja auch immer, dass du irgendwelche Rätsel löst, dass du irgendwelche Sprüche entschlüsselst, dass du irgendwelche Karten kartografierst und entdeckst und merkst, wie sie funktionieren und so weiter. Und da ist Might & Magic natürlich auch keine Ausnahme. Und da würde ich sagen, liegt nach hinten raus auch eher der Schwierigkeitsgrad, rauszufinden, was fehlt das Spiel eigentlich von mir, zumal, weil es eben so offen ist und weil die Kernherausforderung des Spiels daran liegt, an verschiedenen Stellen der Welt Hinweise zusammenzutragen, die dann insgesamt dir überhaupt erstmal sagen, was du eigentlich tun sollst in der Welt. Das bleibt ja ehrlicherweise mit Abstrichen die ganze Serie so. Ja. Also ich habe mit dem Vierer angefangen und dann die ersten drei nachgespielt. Das ist aus der heutigen Sicht schon sehr ungewöhnlich, wie wenig es deine Hand hält, obwohl es viele Komfortfunktionen hat. Das Spiel denkt, du gehst da aus einer Eigenmotivation heraus, über diese gesamte Karte, kartografierst alles. Dann merkst du, keine Ahnung, da ist das Schwert des Windes oder irgendwas. Das steckst du dann ein oder machst dir ein Vermerk. Und dann kommst du ein halbes Jahr später an die Stelle, wo man ein Windschwert braucht und dann setzt du das da ein. Oder du kommst an eine Stelle, kommst nicht weiter, weil du irgendein Rätsel nicht lösen kannst. Dann läufst du halt über die ganze Karte und eine Woche später kommst du zufällig an die Stelle, wo das Rätsel gelöst wird. Und dann nimmst du die Lösung mit und gehst dahin, wo sie gebraucht wird. Und das darf dich nicht frustrieren, auch wenn da kein Zusammenhang ist zwischen diesen beiden Orten, wo die Lösung ist und wo das Rätsel ist. Das Spiel will, dass du dieses Wissen erwirbst. Und das ist auch das Ziel. Das Handbuch sagt dir zum Beispiel nicht von Teil 1, hey, es gibt hier ein großes Endziel, du musst die Welt retten und sowas. Das erklärt dir so ein bisschen leicht von oben herab, aber schon sehr nett. Rollenspiele übrigens sind so und so. Das Ziel eines Abenteuerspiels ist das Spiel selber und nicht ein bestimmtes Ziel. Kriegst du gleich am Anfang mit der Keule so mit. Achtung, wir sind hier im Explorationsterritorium. Das ist ja auch richtig aus der Sicht des Spiels, weil das ist ja auch das, wo sein Kern liegt, was es auch besonders gut macht. Ja, es ist auch richtig aus der Sicht der Zeit. Im gleichen Jahr wie Might and Magic erscheint das zweite Bard's Tale, der Destiny Knight und das hat ja auch eine Oberwelt. Die ist also weit entfernt von dem, was Might and Magic als Oberwelt hat. Aber dort gibt es einen ähnlichen Ansatz, dass du dich auch über eine Welt bewegst, durch verschiedene Städte und Dungeons besuchst und auch hier eine gewisse Handlungsfreiheit hast, weil jedes Dungeon für sich, sofern du es dann betreten kannst, ein Rätsel ist, in dem du Fortschritt machen kannst und kannst dann etwas scheitern. Dann gehst du halt woanders hin und schaust, ob du da erstmal weiterkommst und sammelst dann da auch Hinweise. Na und Ultima funktioniert ja auch ähnlich durch seine Oberwelt. Das ist also jetzt kein Rezept, das völlig originell wäre in Might and Magic. Das ist schon in der Welt, aber das liegt so ein bisschen im Zeitgeist. Und Might and Magic dreht das halt auf zehn. Durch die schiere Größe seiner Oberwelt und durch die Vielfältigkeit der Dinge, die du da parallel machen kannst. Man kann das gar nicht überbetonen, den Grad der Offenheit, den das erste Might and Magic schon hat. Wenn du an einer Stelle irgendwo nicht weiterkommst, dann gibt es ein Dutzend anderer Stellen, wo du genauso hingehen kannst und gucken kannst, ob du da vielleicht weiterkommst gerade. Also diese Oberwelt, die Might and Magic hat, mit diesen ganzen super unterschiedlichen Gebieten, die halt richtig wie so eine Herr-der-Ringe-Welt sind. So eine ganze Welt mit Bergen und einem Ozean und einem Drachen und irgendwas so. Das ist so viel stärker als zum Beispiel, wie Bard's Tale 2 das macht zur gleichen Zeit. Ich bin ein großer Freund der Bard's Tale-Spiele. Ich mag auch, wie die aussehen und wie die gestaltet sind und die Spielmechanik gerne. Auch lieber, glaube ich, aber es ist vielleicht nur Nostalgie als die Sachen von Wizardry und von Might and Magic. Aber die Oberwelt von Bard's Tale ist ja eine Frechheit im Vergleich. Das ist ein großer Wald. Das ist ja einfach ein Wald mit sechs Städten drin. Und dazwischen sind halt ein paar Sachen und im Wald gibt es halt hauptsächlich Wölfe. Dann läufst du da bis zu den Knien im Wolfsfleisch durch diesen Wald und gehst von Stadt zu Stadt. Und das ist auch eher so, dass das so in sich geschlossene Gegenden sind. Und bei Might and Magic erschien es mir zumindest so, dass es sich halt mehr lohnt, hin und her zu gehen. Genau. Was aber augenfällig ist bei Might and Magic und erstaunlich vielleicht auch in gewisser Weise bei der Größe der Welt und der Vielfalt der Inhalte, die da drin sind, ist die völlige Offenheit der Erzählung zumindest am Anfang. Denn wie du schon sagtest, das Spiel sagt ja im Wesentlichen nur, der Weg ist das Ziel, dass es hier so ums Erleben des Abenteuers geht. Das gibt uns nicht sehr viel auf den Weg. Es gibt uns nämlich zum Beispiel überhaupt keine Handlung mit auf den Weg. Also das Handbuch verliert kein Wort darüber, worum es im Spiel geht. Keines. Es setzt keinen Rahmen, keinen Zeitrahmen, keinen erzählerischen Rahmen, nichts. Du musst auf die Packungsrückseite gucken und da steht dann groß drauf, was ist das Geheimnis des inneren Heiligtums, also dieses Inner Sanctum. Und dann steht da drunter, das würden wir ihm liebend gerne sagen, wirklich. Schließlich geht es in Might and Magic genau darum, dieses überraschende Geheimnis zu entdecken. Aber das müssen sie schon selber rausfinden, falls sie es schaffen. Ja, also das gibt uns jetzt auch nicht so viel an die Hand. Das einzige Konkrete, was wir bekommen vom Spiel, ist diese Karte, wie gesagt, die es uns so mitkippt. Und da steht der Name des Landes drauf, in dem wir uns hier befinden, nämlich Warn, V-A-R-N, Warn. Ich wüsste gar nicht in meiner ganzen Spielerkarriere, ob es viele Spiele gibt, wo der einzige Hinweis auf das Ziel des Spiels der Name des Spiels selber ist. Ja, guter Punkt. Also die gesamte Handlung ist gleich im Namen und dann haben sie gedacht, jetzt haben wir genug erzählt, jetzt reicht es. Inner Sanctum, das muss reichen. Und ab jetzt ist der Spieler auf sich selber gestellt. Ja, das Lustige ist, dass das Spiel und John van Karnikam ja annehmen, dass die Zielgruppe, die Spieler von Might and Magic, das auch alles gar nicht brauchen. Dass die schon wissen, was Sache ist, wenn man da eine sechsköpfige Party zusammenstellt und dann eine Stadt in einer Fantasy-Welt betrifft. Also was jetzt da spielmechanisch passiert und was jetzt da erstmal grundlegend zu tun ist, ist völlig klar und braucht schon gar keine Erklärung mehr im Jahr 1986. Und alles weitere wird sich dann schon ergeben. Wenn du das Handbuch vom ersten Teil liest, das steigt da gleich mit Charaktergenerierung ein, geht in Medias Rees. Und im fünften Kapitel hat es dann nochmal so ein Anfängerkapitel, wo es sich gnädig herablässt zu erklären, was Rollenspiele sind und wie das hier so ist mit diesen Computerspielen so. Aber eigentlich wendet es sich an Leute, die schon andere Spiele gespielt haben. Und das Handbuch vom vierten Teil, wunderschönes Handbuch, das beginnt mit einer Story über mehrere Seiten, wo eine Geschichte erzählt wird. Und dann steigt es ein mit, hören Sie, Rollenspiele, die funktionieren so und so, wir erschaffen Charaktere, dann machen wir das und das. Viele Jahre später, wo man ja denken sollte, naja, viele Jahre, aber halt sechs, sieben Jahre später, wo man halt denken sollte, man könnte noch mehr voraussetzen, ja, weil dazwischen noch mehr Rollenspiele erschienen sind, nimmt die Reihe einen ganz anderen Ansatz im dritten, vierten, fünften Teil und erklärt sich viel deutlicher, zumindest im Handbuch. Ja, und das kommt nicht von ungefähr, würde ich sagen. Da kommen wir dann schon dazu, das merken wir uns mal kurz. Da kommen wir dann dazu, wenn wir da sind. Natürlich hat Might & Magic schon eine Rahmenhandlung, hat schon etwas, worum es geht in dem Spiel und es hat natürlich auch ein Ziel. Das schält sich aber erst so nach und nach so langsam heraus. Irgendwann im Spielverlauf triffst du dann in der Wüste, in der großen Wüstenregion von Varn im Nordosten auf etwas völlig Unerwartetes. Bis zu diesem Zeitpunkt sind wir davon ausgegangen und hat alles darauf hingedeutet, dass wir hier in einer Fantasy-Welt sind. Und dann liegt in dieser Wüste ein abgestürztes Raumschiff und darin ist ein Alien, mit dem man interagieren kann. Und dann findet man heraus, dass diese Aliens einen Gefangenen dabei hatten, der aber entflohen ist, als sie auf diesem Planeten abgestürzt sind. Und dieser Gefangene, das ist ein hochgefährlicher, beschädigter Android namens Sheltem. Sheltem hat, auch das ist etwas, was wir als Spieler erst herausfinden müssen, hat den König von Varn, Alamar heißt er, eingesperrt und sich an seine Stelle gesetzt. Also es gibt denn einen falschen König, Alamar, das ist eben dieser Sheltem und einen richtigen König, Alamar, der wird gefangen gehalten. Und wir müssen all das herausfinden, müssen den richtigen König befreien und den Namen des falschen Königs, eben jenes Sheltems herausfinden und ihn dann besiegen. Damit ist die Welt dann zwar schon gerettet, aber unsere Aufgabe noch nicht zu Ende. Wir als Helden stoßen dann noch ins Astral Plane vor und das ist dann so eine Art Kommandozentrale sozusagen. Da sind die Gänge aus Metall und die Wände und Türen werden mit Keycards geöffnet. Und dort in diesem Astral Plane finden wir dann das namensgebende Inner Sanctum. Und das ist der zentrale Kontrollraum, ein Computerraum, in dem dann auch ein Mann vor einem Computermonitor sitzt und rumtippt, der mysteriöse Data Keeper. Und der sagt, sehr gut, Warnlinge, ihr habt das Innere Sanctum gefunden, ihr seid bereit, auf die nächste Welt zu wechseln. Und das ist also das Geheimnis von Might and Magic, dieses Inner Sanctum. Das ist der Sci-Fi-Kern eines Fantasy-Rollenspiels. Genau. Bin ich sicher, wie überraschend das damals war. Aus heutiger Sicht ist das ein ungewöhnlicher Twist, weil das nicht mehr gebräuchlich ist, diese Vermischung von Fantasy und Science-Fiction. Und Data Keeper, ich habe den gar nicht mehr so richtig vor Auge, sah das nicht einfach auch so aus wie so ein Typ am Computer. Ja, genau. Vermutlich schon von Kennegan selbst. Ja, genau. Das war aber damals kein so ganz ungewöhnliches Konzept, diese Vermischung. Und zwar immer in derselben Form eigentlich. Also in der Fantasy gab es das öfter in derselben Form, dass du halt eine vordergründige Fantasy-Welt hast und dass die dann als Twist tatsächlich eine alte Welt war oder eine Science-Fiction-Welt war, in der noch was anderes war. Ja, Ultima zum Beispiel ist ja auch ein berühmtes Beispiel für eine Mischung aus Fantasy und Science-Fiction in den ersten Teil der Serie. Genau. Später haben sie das ja dann aufgegeben. Also hier schält sich dann die Rahmenhandlung heraus, die diese ersten fünf Spiele von Might & Magic letztendlich verbinden wird. Nämlich erst mal die Tatsache, dass wir hier auf einem Raumschiff sind oder einer Raumstation, wenn man so möchte. Eine flache und gebaute Welt von einer Vorgängerrasse, die sich die Alten nennen, die Ancients. Und dieses Warn, das steht für Vehicular Astroport Research Nacelle. Schwachsinnige Abkürzung. Und hundertprozentig war da zuerst der Name da und dann hat sich von Königin überlegt, was die Abkürzung dazu sein könnte. Ja, davon können wir sicher ausgehen, genau. Es ist halt ein Raumschiff beziehungsweise ein Teil eines Raumschiffs, denn wie wir dann in späteren Teilen der Serie lernen, gibt es mehrere von diesen Warns und die sind verbunden mit einem zentralen Raumschiff, einem Cron und schweben da so durchs All. Diese einzelnen Warns sind so eine Art Experimente, biologisch, ökologisch, soziologische Experimente, wie so eine riesige Petrischale, in der diese Alten dann halt irgendwelche Welten entworfen haben, die aber gleichzeitig auch wieder Samen sein sollen für die Besiedlung, Terraforming und Besiedlung von anderen Planeten. Und dieses große Raumschiff ist unterwegs zu so einer Welt, die heißt nämlich Terra. Und diese Welt Terra hat einen Beschützer, einen Androiden, der von den Alten dorthin geschickt wurde, um sicherzustellen, dass in dieser Welt alles okay ist und dass dieses Besiedlungsprogramm, dieses Seeding-Programm auch funktionieren wird. Und dieser Beschützer ist der Androiden Shelter, nur hat der leider eine Fehlfunktion und entwickelt daraufhin einen eigenen Willen und eigene Direktiven und meint, Terra beschützen zu müssen und sieht also die da anfliegenden Warns, ja diese Besiedlungsraumschiffe sozusagen, als Angriff, als Bedrohung für Terra. Aber schon im ersten Teil, also schon in Might Magic 1, haben die Alten schon erkannt, dass er, also Fehl funktioniert, der Shelton und haben ihn deswegen ja auch verhaften lassen und nur durch den Absturz dieses Raumschiffes konnte er entkommen. Und ab jetzt sind die anderen Teile, die anderen vier Teile von Might Magic bis Teil 5, sind letztendlich eine Verfolgungsjagd. Denn Shelton flieht von Welt zu Welt und wir als Spieler sind hinter ihm her und es gibt noch eine andere Hauptperson, einen anderen Androiden namens Korak, der auch den Shelton jagt, der von den Ancients ausgeschickt wurde, um Shelton zu jagen und zu reparieren. Korak spielt keine so richtig große Rolle in den einzelnen Spielen, sondern taucht immer nur so ein bisschen im Rahmen auf. Aber das ist eigentlich die Rollenverteilung. Also wir springen dann von Welt zu Welt, also im zweiten Spiel auf das Hauptschiff, auf Kron, dann im dritten Spiel auf Terra, auf den Planeten von Shelton und dann im vierten und fünften Spiel auf eine weitere experimentelle Welt namens Xen. Und immer ist Shelton schon da und hat Unheil und Chaos über diese experimentellen Welten gebracht. Ja, und wir sind da, um wieder aufzuräumen. Genau, diese Ancients, die sind nicht mehr so richtig präsent, außer in der Tatsache, dass sie halt diesen Korak schicken können, diesen anderen Androiden. Und die sind so diese Über-Aliens, die es in manchen Science-Fiction-Felden gibt, die haben das Universum gesät, also das Universum besiedelt, sind verantwortlich für das ganze Leben im Universum, haben da Mikrokosmen geschaffen und Biosphären und solche Sachen. Sind jetzt aber, weil sie dann noch einen Krieg hatten mit einer Dämonenrasse, wie das diesen Ancients immer passiert in solchen Geschichten, sind sie jetzt nicht mehr so präsent hier, sondern wirken halt nur noch durch den Korak. Ich habe jetzt nicht alle Spiele so tief gespielt, aber ist das eigentlich eine ambivalente Figur, der Shelton, oder ist der rein böse? Nö, der ist rein böse. Ich dachte, er wollte nur Terra retten. Und ich dachte, dieser Warn, die sollte doch nach Terra und die bringt doch da die Monster hin. Die Monster sind ja nur da, weil dieses Experiment aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also das ist ja, so wie ich das verstanden habe, von Shelton verursacht. Wobei, also es ist ein bisschen dubios. Man muss damit dazudenken, dass sich diese Rahmenhandlung natürlich auch weiterentwickelt von Spiel zu Spiel, wo John van Kennegan das dann plastischer macht. Die ist noch nie so richtig stark definiert im ersten Teil. Und dann kommen so Elemente dazu, die sich auch teilweise widersprechen. Im zweiten Teil zum Beispiel wird im Handbuch dann ein Schöpfungsmythos für die Welt Kron beschrieben. Und dieser Schöpfungsmythos beschreibt, wie diese Welt entstanden ist durch Elementarwesen, die gegeneinander gekämpft haben. Also die vier Elemente, die aber hier personifiziert sind. Und dann gab es einen jahrhundertelangen Krieg von diesen Elementen, bevor dann sich Landmassen geformt haben und dann andere Spezies von anderen Welten sich angesiedelt hätten. Also vor allem humanoide Spezies. Dadurch erklärt sich, dass da nicht nur Menschen, sondern eben auch Elfengnome und so weiter da sind. Und das ist nicht so ganz klar, ob das einfach wirklich nur eine Mythologie ist, die überhaupt nicht stimmt, sondern die halt so erklären soll, warum jetzt hier so eine diverse Welt da ist. Aus der Perspektive der Einwohner dieser Welt, die sich halt irgendwie zusammengedichtet haben, warum jetzt hier diese Welt so ist, wie sie ist. Was sehr naheliegend wäre, weil die Bewohner von diesen Welten ahnen ja nicht, dass sie auf Raumschiffen unterwegs sind und ahnen nichts von dieser Ancients-Rasse, sondern die haben eben ihre mittelalterliche Fantasy-Mythologie sozusagen. Das Einzige, was da ein bisschen seltsam ist, dass diese mythologische Rahmengeschichte von der Entstehung der Welt von Korak erzählt wird in dem Handbuch. Und der sollte es ja nun besser wissen, weil der ja einer von den Androiden ist, die von den Ancients ausgeschickt wurden. Also das geht für mich nicht so ganz zusammen. Aber wenn wir ehrlich sind, es spielt auch keine so richtig große Rolle für die Spieler, weil die beiden Magic-Spiele sind keine Erzählspiele. Weder das erste noch das zweite, dritte, vierte oder fünfte. Es kommt dann immer meistens ganz am Ende, wie angetackert, kommt dann dieser Sci-Fi-Twist. In jedem Spiel immer wieder bist du immer am Ende auf irgendeinem Raumschiff oder in irgendeiner Raumstation oder sonst irgendwas. Und dann sind auf einmal Korak und Sheldon auch wieder da. Aber in den 95 Prozent vorher ist es ein 0815-Fantasy-Dingens. Ja, das Spiel lässt dich damit schon relativ alleine und im ersten Spiel besonders, weil es da ja nicht mal diese Sache im Handbuch aufmacht. Das heißt, du musst dich darum auch nicht viel kümmern. Du musst eher gucken, dass du deine Party im Griff hast und dass du lootest und levelst und diese ganzen üblichen Sachen. Das sind schon, wie die frühen Rollenspiele alle, das sind schon sehr mechanische Spiele, wo halt keine große Erzielebene ist. Das hat Carnegie M. sogar mal gesagt in einem Zitat, ich weiß es gerade nicht mehr, in welchem Interview, dass er halt gesagt hat, das sind halt eigentlich Adventure- und Strategiespiele und keine Rollenspiele, weil du spielst ja nicht wirklich eine Rolle wie in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel, sondern das sind halt Spiele, die halt einen Kampf simulieren und Exploration simulieren und das ist halt der Kern. Er nennt dieses erste Spiel auch gar kein Rollenspiel, sondern er nennt es ein Adventure-Game, ein Abenteuerspiel. Eine Adventure-Simulation sogar im Handbuch. Das finde ich ganz hübsch eigentlich für diese Art Spiel. Das will halt eine Welt simulieren und das passt schon. Das will sogar ein Abenteuer simulieren. Also aus der Perspektive von einem Dungeons & Dragons-Spieler ist das eine Simulation eines Dungeons & Dragons-Abenteuers, wenn man so möchte. Also eine Party, die durch so eine Welt geht, ein Abenteuer erlebt. Und ich nehme an, das ist die Perspektive, die er darauf hat. Das erste Spiel ist noch nicht groß bemerkenswert in seiner Machart, weil es halt sehr derivativ ist, gerade zu Wizardry & Dungeons & Dragons und eben hauptsächlich die Welt und die Vielgestaltigkeit der Welt als eine zusätzliche Ausprägung hat, aber jetzt auch nicht als große eigene Idee. Und weil es sich halt sonst alles zusammenklappt. Also selbst dieser Sci-Fi-Twist, wie gesagt, der von Kallagym hat später auch selber erzählt, er war ein großer Sci-Fi-Fan, vor allen Dingen von Raumschiff Enterprise. Und in der dritten Staffel von Raumschiff Enterprise, also der Urserie, gibt es eine Folge, die heißt For the world is hollow and I have touched the sky. Im Englischen, im Deutschen heißt sie der verirrte Planet. Und da trifft die Enterprise auf einen Asteroiden, der bewohnt ist. Und die Bewohner dieses Asteroiden wissen nicht, dass sie auf einem Raumschiff sind, dass das also ein gebautes Schiff ist, sondern für die ist das halt ihre Welt. Und in Wirklichkeit ist es aber ein Raumschiff. Und das ist ja eigentlich genau das, was Varn ist in Might and Magic. Das ist ein Raumschiff, aber für die Bewohner dieses Raumschiff ist es eine Fantasy-Welt. Und wie gesagt, es macht ja auch keinen Unterschied, bis auf, dass du hinterher dann den Aliens begegnest in der Wüste. Genau. Ansonsten ist es halt ein kompetentes Rollenspiel seiner Zeit. Wir sind jetzt im Jahr 1986. Es macht jetzt nicht so einen Riesensprung auf Wizardry, das ja mehrere Jahre vorher erschien. So ein Riesenfortschritt ist es da nicht. In dieser Zeit entwickeln sich die Rollenspiele einigermaßen schnell, aber es ist groß, es ist interessant gemacht. Es ist vollgestopft mit Abenteuerbestandteilen, mit Loot, mit Monstern, mit allem Möglichen. Es macht nicht so richtig was falsch, leistet sich keine großen Fehler, kann gut mithalten mit dem Rest. Und wird auch nicht zu Unrecht zu den großen Serien der ersten Zeit, also die drei großen Serien, Might and Magic, Ultima und Wizardry gerechnet. Ja, und Bardstall wollen wir auch nicht vergessen an der Stelle schon. Und es stammt ja von einem einzelnen Menschen. Das hatten wir vorher schon gesagt. Der Van Kennegem hat das im Wesentlichen allein gemacht. Er hat ein bisschen Hilfe dann später bei einigen von den Grafiken und bei der Produktion von dem Ding. Aber eigentlich ist das ein Ein-Mann-Spiel. Jetzt sind wir im Jahr 1986. Der hat drei Jahre daran gebaut an diesem Werk. Hat sein Spiel jetzt fertig, aber John Van Kennegem hat ein neues Problem, denn er muss es ja auch irgendwie an den Mann bringen. Ein Spiel haben ist eines, das Verkaufen ist etwas anderes. Ja, und warum das ein Problem ist, das können wir mal kurz selber erzählen lassen. Das ist ein Einspieler aus einem Interview der Reihe Matt Chat. Und da hat Van Kennegem erzählt von seinen Anfängen. Hier spricht er über dieses Problem. I really had no idea how to market or sell or distribute or anything. I just was out of college and I was just gonna do it. But I don't know how. Towards the end, I was like, oh my gosh, I need a package. How am I gonna advertise this? How's anyone gonna know? And I lucked out and had some friends who knew some people and managed to put a package together. And I actually put an 800-Number out. I got a phone in my apartment. And I was taking phone orders from some ads I took out in the back of things like Computer Gaming World. And phones started ringing. And I was selling games one at a time to consumers. And that was so exciting. Er erzählt da, dass er keine Ahnung von Distribution und Vermarktung hatte. Und durch Glück, weil er jemanden kannte, konnte er dann eine Packung produzieren und die Inhalte und hat dann beschlossen, ja gut, dann setze ich halt Anzeigen in die Magazine der damaligen Zeit, also Computer Gaming World und A Plus und so. Eines der großen Apple-Magazine in den USA in der Zeit. Und hat sich eine 800er-Nummer geben lassen und hat dann in seinem Studenten-Apartment am Telefon gesessen und hat Bestellungen entgegengenommen. Und wenn man an Anzeige hinten im Heft denkt, also ich weiß nicht, wie es dir da ging, Gunnar, aber ich denke da an diese kleinen in schwarz-weiß gedruckten Kästchen im Kleinanzeigenteil, die es häufig gab damals in vielen von den Magazinen, weil irgendwelche kleinen Klitschen dann ihre Spiele anbieten, auf Disketten verkaufen, aber das ist es hier gar nicht. Diese Anzeige, mit der Might & Magic der Öffentlichkeit vorgestellt wird, erscheint in den Dezember-Ausgaben des Jahres 1986, zum Beispiel eben in der Computer Gaming World und da ist es auch gar nicht ganz hinten, sondern es ist sogar ziemlich weit vorne, eine ganzseitige, farbige Anzeige und das muss ein einigermaßen teurer Spaß gewesen sein. Ja, ich schätze, dass Anzeigen zu der Zeit, ich konnte das nicht von einer Quelle festmachen, um die 10.000 Dollar gekostet haben, also ein Vermögen, aber die Zeitschriften waren damals auch riesig und auch super wichtig, es gab ja keine Konkurrenz, also das waren ja die Gatekeeper und das hat er nicht, da muss er seine Eltern um Hilfe bitten, die helfen ihm da aber und geben ihm Geld, damit er diese Anzeigen bezahlen kann. Wir beide haben mal einen Vortrag gehalten in München beim Zündfunkkongress über Anzeigen zu spielen und das war eins meiner Beispiele für eine meiner super Lieblingsanzeigen, für eine der besten Anzeigen, die ich je gesehen habe. Wenn ihr kurz unterbrecht und auf den Player schaut, dann könnt ihr jetzt als Kapitelbild diese Anzeige sehen, die ist sensationell, weil sie diese Stimmung so gut trifft. Das ist wie so eine Tischsituation und du hast so eine gefaltete Karte, also diese Karte, die auch dem Spiel beiliegt, die gleich so Fantasy spricht für dich, die dich so anspringt, dann hast du so einen Stift da liegen und darunter ist so eine selbstgezeichnete Karte, wie du sie für Wizardry oder für Badstale gezeichnet hättest, mit so kleinen Notizen dran, davor liegen so Disketten, alles schon ganz klar. Du bist hier in der Fantasy-Welt, aber es hat was mit Computern zu tun und da drüber steht, endlich ein Spiel, das dich ernst nimmt. Ach, das fasst mich so an, in meinem Rollenspielerherzen. Das hat mich so getroffen, hat mich so abgeholt, diese Anzeige. Ist halt der Hammer und es hat einen ganz ernsthaften Text. Es ist halt auch ein bisschen Text dabei, es ist nicht nur so sloganhaft, es erzählt dir relativ aufzählend diese Vorteile dieses Spiels, im Wesentlichen, das sagt er, dass es immer mehr bietet, mehr Monster, mehr Spells und so weiter. Und dass es halt eine Kartografie hat und so, super. Das ist eine clevere Anzeige, denn das zeigt das Spiel ja gar nicht. Das zeigt keinen einzigen Screenshot, das zeigt noch nicht mal irgendwie ein Artwork, also eine Fantasie von dem Spiel, sondern das zeigt das Meta-Level. Das zeigt, wie man so ein Spiel spielt, nämlich mit dieser Karte und dem Kartografieren und so weiter. Und es zeigt im Endeffekt die Ausstattung des Spiels, weil das ist etwas, was von Cunningham sicher geholfen hat und was ja auch echt ganz clever ist. Der hat schon für seinen ersten Production-Rand, also seine eigene produzierte Apple-2-Version, die er selbst bezahlen musste und die er selbst verkauft hat, hat er nicht an der Ausstattung gespart. Das hat ein Handbuch mit Ringbindung in der ursprünglichen Apple-2-Version. Und da ist auch eingeheftet diese ausfaltbare, farbig gedruckte Weltkarte, die er von einem Grafik hat zeichnen lassen von Tim Krogel. Und dieses Handbuch enthält auch eine ganze Reihe von schwarz-weißen Zeichnungen. Das ist eine Idee, die ganz klar von Wizardry abgekupfert ist. Das haben wir ja damals schon erzählt, dass die da diese Zeichnungen aus dem Dungeon-Masters-Guide entlehnt haben. Das ist das gleiche Prinzip hier. Die stammen von einem Studienkollegen von John van Kennegan, von Vincent de Quattro, der dann später auch eine Weile, ein paar Jahre als Art Director bei New World Computing angeheuert hat. Die machen schon was her. Das sind schöne Szenen. Dann sind da Vordrucke drin zum Kartenzeichnen. Das hatte ich vorhin schon erwähnt. Das wirkt alles schön und hochwertig. Und diese Ausstattung recycelt van Kennegan vor allem die Karte recycelt er zweimal. Nämlich zum einen hier als zentraler Teil dieser Anzeige. Das zeigt ja im Wesentlichen die Ausstattung des Spiels. Übrigens, man sieht es in der Anzeige auch unten rechts noch ganz leicht. Da sind die Disketten abgedrückt, die Floppy Disks. Und die stecken in so eine Diskettenhülle. Und selbst die ist bedruckt mit dem Might & Magic Logo. Das ja wunderschön ist. Und ich mag das immer echt gerne, wenn die Diskettenhüllen auch nochmal für das Spiel angepasst sind. Also wenn da ein Logo oder ein spezielles Design drauf ist. Und selbst das ist hier der Fall bei Might & Magic. Und wie gesagt, der recycelt das also für die Anzeige und auch gleich nochmal für das Cover der Box. Denn auf dem Cover von Might & Magic 1 ist auch einfach nur nochmal ein Ausschnitt aus dieser gezeichneten Spielkarte drauf. Ja, das ist aber super. Ja, das ist toll. Das kann man wirklich machen, weil das ist so sprechend. Wir sprechen ja oft über alte Packungsartworks und Packungsvorderseiten. Und Games zu dieser Zeit hatten noch gar keine richtige Designsprache. Also manche Spiele haben Fotos und manche Spiele haben Zeichnungen und manche Spiele haben nur Typografie und so. Und diese Karte sagt dir halt gleich, in welchem Genre du bist. Karten sind so sprechend für das Fantasy-Genre. Das ist ja ein Genre, in dem jedes Buch, jeder Roman vorne eine Karte drin hat, idealerweise. Und wenn nicht, dann hassen das die Fans. Das ist halt super klar, dass es hier um eine ferne Welt geht und um Eskapismus und so. Und die Karte ist halt auch echt das Wertvollste, was er hat machen lassen. Es gibt ja nicht viele große Artworks oder so, die zu dem Spiel sind. Er hat ja die ganze Grafik im Spiel auch selber mitgemacht und so. Und das hier ist jetzt so, wo er einen richtigen externen Künstler beauftragt hat. Ja, also der hat sich da, wie gesagt, was kosten lassen. Und er musste ja auch die gesamte Produktion vorschießen und die anzeigen. Und ja, das hilft sicher, dass er aus einer wohlhabenden Familie kommt und die Eltern was zuschießen. Aber zumindest nach eigener Aussage hat er auch sich verschuldet, um das alles mitfinanzieren zu können. Also das waren sicher beide Teile, die da reinspielen. Und um dieses Spiel vertreiben zu können, muss er natürlich auch eine eigene Firma gründen. Und diese Firma, das glaube ich, haben wir noch gar nicht offiziell gesagt, heißt New World Computing. Man liest überall im Internet, dass die Firma 1983 oder 1984 gegründet worden sei. Hey, 1983 halte ich für völlig unrealistisch, aber selbst 1984 kommt mir sehr komisch vor, weil da hat er ja gerade erst ein Jahr lang angefangen, an seinem Spiel zu arbeiten. Und es ist noch zwei Jahre weg vom Erscheinen. Warum da schon eine Firma gründen, ist nicht ausgeschlossen. Aber mir scheint das viel naheliegender, dass er 1986, also als er dann so bereit ist für die Veröffentlichung, auch diese Firma gründet. Aber ich weiß es nicht genau. Ich konnte keine zuverlässige Quelle finden, wo man das genau belegen hätte können. Konnte man es nicht im Handelsregister nachgucken? Nee, konnte man nicht. Habe ich versucht, aber ich habe keinen Eintrag gefunden. Naja, man sollte meinen, bei so einer auch wichtigen und erfolgreichen Firma wie New World Computing, das später noch wurde, seien solche Gründungsgeschichten klar, ist mir zum Beispiel auch nicht ganz klar, wer eigentlich Gründer von dieser Firma alle sind. Also offenbar ist seine Frau Michaela auch mit involviert. Und dann gibt es noch einen dritten Menschen namens Mark Caldwell, der jemand ist, den der John van Cunningham kurz vorher kennengelernt hat. Die kennen sich noch gar nicht so lange, die haben nicht gemeinsam studiert, sondern die kennen sich über den Versuch von John van Cunningham, Leute zu finden, die sein Spiel rausbringen. Und irgendwie kommt da der Mark Caldwell dann mit rein. Vielleicht treffen die sich auf einer Messe oder sowas. Da heißt es dann auch häufiger, der sei ein Mitgründer. Aber Caldwell selbst, der bezeichnet sich als Mitarbeiter Nummer eins, was ja jetzt nicht unbedingt für ein Gründer steht. Aber es ist ja auch furcht, Klammer zu, es ist ein bisschen diffus. Jedenfalls entsteht diese Firma und es entsteht diese Anzeige. Und in dieser Anzeige steht auch unten ganz optimistisch, wo kriegt man denn das her, das Spiel? Man solle sich an seinen örtlichen Händler wenden oder eben einen Brief schreiben oder diese Nummer anrufen. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Anzeige erscheint, funktioniert Brief schreiben und Nummer anrufen. Da kommt man bei John van Cunningham raus und der tütet dann persönlich ein Spiel ein. Händler kontaktieren funktioniert noch nicht, weil im Handel ist das Spiel nicht zu haben. Da ist er noch nicht, genau. Diese 800er-Nummer ist wie die späteren 800er-Nummern in Deutschland, ist eine kostenfreie Nummer. So ist das, wie man das normalerweise macht, wenn man von Konsumenten angerufen werden will. Genau, ist auch professionell, aber kostet natürlich auch wieder ein bisschen Geld. Genau, aber man merkt, er hat das schon so professionell aufgezogen, wie nur geht für jemanden, der keine Business-Erfahrung hat und dessen erstes Projekt das ist. Ja. Also gleich mit Packung und das wirkt alles sehr clever. Da hat er keinen Quatsch gemacht und auf das richtige Pferd gesetzt. Wir erinnern uns, dass ja Richard Garriott mit Ultima mit so kleinen Tütchen gearbeitet hat und so und die in urörtlichen Läden ausgelegt hat. Und er versucht zeitgleich richtig, der Kanagam. Genau, und das funktioniert auch in zweierlei Hinsicht gut für ihn. Zum einen ist nämlich der Zustrom von Bestellungen von Leuten, die das in den Zeitschriften sehen und bei ihm direkt bestellen, groß. Also da setzt er dann in den nächsten Wochen und Monaten 5000 Stück davon ab. Das ist eine enorme Zahl, würde ich auch sagen. Aber sicher der Anzeige geschuldet und der Wirkungskraft um diese Anzeige. Und was der Anzeige vermutlich auch geschuldet ist, ist, dass er das Interesse von Publishern weckt. Die, bei denen er vorher durchaus war, der hat vorher natürlich die Tour gemacht und hat versucht, irgendwelche Vertriebspartner zu finden, Publishing-Partner, und hat aber immer nur schlechte Deals bekommen aus seiner Ansicht. Und er hat später auch beschrieben, er sei da recht herablassend behandelt worden, weil er hatte halt keinerlei Referenzen. Junger Student, der sagt, ich habe hier ein Megaspiel programmiert. Ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass da die Firmeninhaber erstmal abwinken. Auf jeden Fall findet er da niemanden. Aber nach der Anzeige stehen sie auf einmal Schlange, die Interessenten. Aber das sind halt alles Publisher. Das heißt, die sind darauf ausgelegt, dass sie dann die ganze Herstellung zum Beispiel auch machen, die Disketten vervielfältigen, die Packungen drucken, die Handbücher und so weiter, den ganzen Support übernehmen. Und das will der von Kennegem aber nicht. Denn zum einen hat er das ja alles gerade schon selber erledigt. Der hat ja schon seine erste Charge produziert. Und zum anderen ist ihm da aber auch der Deal zu schlecht. Also da kommt dann am Ende zu wenig Anteil für ihn rum. Und da gibt es aber eine glückliche Fügung. Ja, also die Publisher sind ja immer die, die so über 50 Prozent haben wollen. Und idealerweise auch gleich die Verwertungsrechte, also die IP-Rechte. Und Kennegem hat schon so viel erledigt und schon so viel investiert, dass er dem nicht mehr nachgeben will, sondern sein geistiges Baby da in der Hand halten will. Und dann hat er Glück, dass jemand kommt mit einem anderen Geschäftsmodell oder der zumindest die Möglichkeit hat, noch ein anderes Geschäftsmodell zu machen, nämlich Activision. Ja, auch kein ganz schlechter Name. Die wollen nicht nur Publisher sein, sondern verstehen sich auch als Distributor. Der Publisher ist ja der Verlag, der richtig Produkte verlegt, wie du schon gesagt hast, mit der gesamten Produktion und Vervielfältigung und die die Herstellung des Spiels überhaupt erstmal sicherstellen, indem sie zum Beispiel dem Entwickler die Rechte abkaufen oder den Entwickler überhaupt finanzieren während der Entwicklungszeit. Und ein Distributor ist ein viel technischerer Partner. Ein Distributor nimmt im Wesentlichen deine fertig produzierten Schachteln ab und bringt sie in den Handel. Und dafür nimmt er einen viel geringeren Anteil, also meistens so 10, 15 Prozent oder sowas und ermöglicht sie damit den Zugang in diese Handelsnetzwerke. Es sind Zwischenhändler eigentlich. Und Activision hat zwar den Publishing-Arm, aber sie haben über ihr Affiliated-Labels-Programm auch diesen Distributions-Arm und dafür rufen sie ihn an. Also es gibt eine kleine Geschichte da, wo er angerufen wird und dann ist er noch in der Dusche und dann ruft Jim Levy an, der damalige Präsident von Activision, also gleich ein ganz hohes Tier, und sagt, die Anzeige war super. Gunnar und Christian haben es auch gesagt, die Anzeige war super. Und ich finde das ja toll, was du da machst und so. Und wir haben jetzt gerade das richtige Programm für dich. Komm mal zu uns. Und er ist da noch nicht ganz überzeugt. Der fragt dann die anderen nochmal, jetzt wo er dieses Angebot schon hat, aber entscheidet sich dann für Activision. Genau, es gibt ja auch schon andere Distributoren, Electronic Arts vor allen Dingen. Die sind da schon, obwohl noch eine junge Firma sind, die schon der Primos da in den USA und Activision will da gerne mithalten. Und tatsächlich unterschreibt dann Van Kennegan bei Activision und wird damit dann auch das erste Spiel, der erste Publisher in Activisions neuem Vertriebsprogramm. Und das ist für beide Seiten gleich eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Denn Van Kennegan ist sehr zufrieden damit, wie Activision sich da ins Zeug legt und die ganzen Händler bedient. Und was für ihn besonders wichtig ist, der ja nun als eigenständiger Mensch mit eigener Firma sicherstellen muss, dass die ganzen Schachteln, die da im Handel stehen sollen, auch produziert werden. Weil das macht Activision nicht, wie gesagt. Du hast es ja schon beschrieben. Die stellen die nur in die Läden, aber die machen sie nicht selber. Der muss jetzt also in größerem Maß in die Produktion einsteigen und dazu braucht er Geld. Und dieses Geld kriegt er von Banken in Form von Krediten. Und diese Kredite kriegt er, indem er Vorbestellungen nachweisen kann. Und das ist auch vor allem der große Wert von diesem Distributionsstil über Activision. Activision geht zu den Händlern und sagt, hier, wir können euch dieses Rollenspiel demnächst liefern. Wie viel wollt ihr denn vorbestellen? Und dann kommt eben landesweit in den USA doch eine große Menge von Vorbestellungen zusammen. Und daraufhin mietet sich John van Kenneger mit seinem New World Computing dann ein kleines Büro mit einem angeschlossenen Lagerhaus und steigt dann dort ein in die Produktion von diesen ganzen Boxen, lässt produzieren, heuert dann einen Teil seiner Freunde an, seiner Studienfreunde, und die verpacken dann gemeinsam Spiele und Handbücher und so weiter in die Boxen, legen es auf große Paletten und lassen es dann abholen. Ich habe vorhin schon den Mark Caldwell erwähnt, also den Mitarbeiter Nummer eins. Der hat es in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Ziggurat mal ganz hübsch beschrieben, wie man sich das vorstellen muss, wie diese jungen Leute da in diesem Lagerhaus gemeinsam arbeiten. Das lassen wir Ihnen mal schnell erzählen. We went from his apartment to an office building in Sherman Oaks, which was right behind Sherwin-Williams Paint Store in the little dead-end cul-de-sac. And it had like three offices, a little front area, and a little warehouse area where we're actually, we did our own shrink wrapping and we did our own packaging and we did all of our own stuff at the time. So we had to learn how to drive forklifts. What we would do is we would run down to this rental place down the street. We'd get the forklift, drive it back to our area, load up the trucks that would come to get the games and then drive it back and drop it off. Ja, er beschreibt da also im Wesentlichen dieses Lagerhaus, das da am Ende von einer kleinen Sackgasse in Los Angeles war und wie sie dann da sich kurz den Gabelstapler vom Verleih unten an der Straße geliehen haben, hochgefahren haben, haben dann die Paletten auf die Lastwagen geladen, dann den Gabelstapler gleich wieder zurückgebracht, damit es nicht so teuer wird und so weiter. Ja, also es ist alles sehr hemmsärmlich, aber die müssen damals ordentlich Spaß gehabt haben und vor allen Dingen der Laden brummt, denn die Spiele werden ihnen aus den Händen gerissen. Ja, also diese 5000 Stück, die der Catwell auch sagt, die halt schon vorher verkauft worden sind, sind schon mal eine echte Ansage und mit dem Deal mit Activision und dem USA-weiten Handelsvertrieb verkaufen sie 150.000 Stück in wenigen Monaten. Nur auf dem Apple II, nur auf einer Plattform? Nur auf dem Apple II, bevor sie mit Ports anfangen und das ist ein veritabler Hit. Das ist ein Spiel, das Top Ten oder Top Five Potenzial damit hat. Das ist ein richtiger Kracher, den sie da haben. Genau. Und sie haben das geschafft, ohne über 50 Prozent der Umsätze abzugeben. Das heißt, da kommt auch richtig was rum für sie. Da kommt richtig was rum. Für New World Computing und John van Canegam wird das ein richtiger Geldsegen sein. Und nun ist ja einigermaßen klar, was jetzt passieren muss. Also zum einen, dieses Spiel heißt ja Book One und im Spiel ist das allerletzte, was du auch tun kannst in dieser riesigen Welt, ist die sogenannten Gates to Another World zu finden. Also die Tore zu einer anderen Welt, die irgendwo in der Spielwelt von White Magic 1 versteckt sind. Wenn du da hingehst mit deiner Party, die ansonsten alle anderen Quests abgeschlossen hat, also die Hauptquest abgeschlossen hat und das Inner Sanctum gefunden hat, dann wird die dort sozusagen markiert für den Export, in die andere Welt. Und was ist diese andere Welt? Naja, es ist Book Two. Das heißt auch einfach nur Gates to Another World. Das ist ein arme Programm und das erscheint dann zwei Jahre später, nämlich 1988. Da hat sich der John van Canegam dann direkt drangesetzt, um das zu programmieren. Jetzt nicht mehr ganz im Alleingang, aber immer noch federführend. Aber parallel dazu hat er auch diverse Leute beauftragt, sein erstes Spiel mal auf die ganzen anderen Heimcomputer der Ära zu portieren. Unter anderem auch auf den PC. Genau, also dann gibt es Versionen für Mac, DOS und C64 von dem anderen Spiel, die entstehen parallel. Alles macht er natürlich auf eigene Rechnung. Er ist ja sein eigener Publisher. Und er selber, also als das kreative Hirn hinter dieser Serie, macht dann halt mit Teil 2 weiter. Und wir wissen schon, was passiert. Wir müssen Sheltem weiterjagen, weil der ist ja durch ein magisches Portal hier irgendwo hingekommen. Und er kommt von Warn und ist jetzt auf Cron. Cron ist die Central Research Observational Nacelle. Also auch wieder so eine künstliche Welt, so eine Biosphäre, die auf dem Weg ist nach Terra. Und der Sheltem hat diesmal den Plan, die von dem Kurs abzubringen und sie in eine Sonne zu steuern. Eieiei, diesmal meint er das auch richtig ernst. Dem muss ich jetzt diese Party von Abenteurern stellen. Ja, das weiß man natürlich am Anfang auch nicht. Jedes neue Might & Magic spielt das immer erstmal straight und erzählt nichts von der Rahmenhandlung und von Sheltem und so, sondern eben aus der Perspektive von Bewohnern dieser Fantasy-Welt. Und im Spielverlauf entdeckt man dann immer wieder neu diese Sheltem-Rahmenhandlung. Der zweite Teil, Might & Magic 2, auch für den Apple 2, programmiert als Lead-Plattform von John van Cunningham ist eigentlich die klassische Fortsetzung, in der im Hinblick, dass sie das nimmt, was Teil 1 gemacht hat, auch die gleiche Engine, gleiches Spielsystem und halt einfach das ausweitet. Also das ist so ein bisschen ein Brückenspiel. In der gesamten Serie von Might & Magic ist es das am wenigsten Bedeutende, würde ich fast sagen, obwohl das für sich genommen kein schlechtes Spiel ist. Aber es macht halt nicht so viel anders als der erste Teil. Es sieht in erster Linie ein bisschen besser aus. Ja. Und es führt ein paar wichtige Sachen aber ein für die Serie. Genau, es führt eine ganze Reihe von serientypischen Sachen ein. Also wir hatten schon erwähnt, dass das Explorationsspiele sind und das erste Spiel hat schon Sidequests und das ist gar nicht üblich, dass Spiele zu der Zeit Sidequests haben. Manche haben auch einfach nur Loote hier, Löse hier und Töte hier. Dies hatte schon so kleine Zusatzaufgaben, die du im Spiel bekommen konntest und diesen ganzen Aspekt führt es jetzt ein bisschen weiter. Also es führt Automapping ein, auch das keine Selbstverständlichkeit zu der Zeit und bindet es an eine andere Neuigkeit, nämlich an ein rudimentäres Skillsystem, wo du zum Beispiel den Skillcard Chocographer lernen kannst, den es in späteren Spielen dann immer noch gibt und mit dem kannst du das Automapping dann auslösen im Spiel. Dann gibt es Zusatzcharaktere, also Mercenaries heißen die meisten anderen Spielen, hier heißen sie Hirelings, also du kannst deine Party um bis zu zwei Leute aufstocken, die du bloß anheuerst. Es gibt natürlich neue Spells in Klasse, ein klassischer zweiter Teil. Die Charaktere können altern erstmals, das gab es auch im ersten Teil nicht. Doch, das gab es im ersten auch schon. Ah, okay. Also was es als Spielmechanik noch neu gab, waren Zeitreisen, also dass du auch in frühere Zeitalter dieser Welt reisen kannst, wo die gleiche Karte dann der Spielwelt zugrunde liegt, aber es halt manche Dinge sich verändern. Das klingt jetzt aber größer und imposanter, als es dann in der Praxis ist. Das Zeitreisen ist eigentlich im Questverlauf von Might and Magic 2 gar nicht so relevant. Das musst du tatsächlich nur ein- oder zweimal machen und vielleicht noch für zwei, drei Nebenquests, aber ansonsten ist das gar nicht so toll. Das Entscheidende hier, neben dem halt, was es an mehr hat, dass diese Skillsets dazu gekommen sind und zwei neue Klassen gibt es und andere Zauberer und so weiter und diese NPCs, die du mitnehmen kannst, das ist halt alles in erster Linie ein mehr. Aber die entscheidenden qualitativen Veränderungen, die auch super wichtig sind für die weitere Entwicklung der Serie, würde ich sagen, ist dieses Automapping. Da war Bard's Tale 3 auch wieder ein bisschen vorher dran, im Sommer 1988, die hatten auch schon Automap, aber die in Might and Magic ist besser. Und vor allen Dingen gibt es hier sehr ungewöhnlich für so ein Hardcore-Rollenspiel einen Schwierigkeitsgrad, den du jederzeit wechseln kannst. Du kannst während des Spiels ins Optionsmenü gehen und unter vier verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen und wechseln. Und das ist nach gerade unerhört, würde ich sagen. Zumal also für dieses Genre. Ja, für dieses Genre gibt es das sonst gar nicht und das gibt es auch danach kaum noch. Es gibt lange Zeit sehr wenige Rollenspiele mit einem Schwierigkeitsgrad. Das ist aber ein Feature, das die Serie beibehält. Aber ich finde, das Automapping ist schon wirklich ein zentrales Element, das der ganzen Serie so bleibt. Weil es natürlich auch zu einem Spiel mit einer großen Oberwelt, die sich in Biome aufteilt und die zum großen Teil die Ambition des Spiels darstellt, auch dazu sehr gut passt. Und sie entwickeln das Automapping dann immer noch weiter in den nächsten Teilen. Und das Spiel wird ein bisschen zeigefreudiger, also wo in der eigentlichen 3D-Welt im ersten Teil nur Monster gezeigt wurden, wenn gerade eine Begegnung stattfand. Aber sonst nichts, außer Türen halt, aber das war es schon. So gibt es jetzt hier mehr Dinge, die in der Spielwelt angezeigt werden, wenn man das entsprechende Feld betritt. Also wenn du ein Feld betrittst, wo eine Stadt oder eine Burg ist, dann wird dir das jetzt gezeigt. Wenn du ein Haus betrittst, wo ein Spiel drin ist oder eine Bar, dann wird dir das jetzt angezeigt. Also es gibt generell ein bisschen mehr zu sehen in dem Spiel. Das ist jetzt auch nicht sensationell, um ehrlich zu sein, aber das geht auch in eine Richtung, die noch wichtiger werden wird. Und es liegt natürlich wieder eine große Karte bei, die Karte von Krohn, die auch wieder genau wie die Karte von Waren eine große, bunte Fantasy-Welt mit lauter Andeutungen und kleinen Details macht. Also eine wunderschöne Karte. Auf der einen Seite ist eine Spinne, die verrät, dass da Spinnenmonster sind wahrscheinlich. Keine Ahnung, da war ich nicht an der Stelle. An der anderen Stelle wartet wieder ein Drache. Im Norden ist so eine Wolke gezeichnet, wo der Wind bläst. Also das personifizierte Windelement, das ja zur Mythologie dieser Welt gehört und dann das Feuerelement in der anderen Ecke. Also wieder klar, dieser Anspruch, den das Spiel hat an die große, bunte, offene Welt auch durch die Karte wieder eingelöst. Genau. Also wie gesagt, ist ein interessantes Spiel, aber jetzt nicht so sehr anders wie der erste Teil und das haben wir zum Beispiel bei Wizardry auch gehabt schon damals, wo halt die Fortsetzungen erstmal mehr vom Gleichen sind und man kann die Party aus dem ersten Teil also importieren und im zweiten Teil weiterspielen. Alles wie gehabt in den Rollenspielen dieser Ära. Ja, ist ein bisschen wie bei den Bart's Tales, die ja auch sich zueinander einigermaßen ähnlich bleiben mit der gleichen Engine von 1 auf 2 und einfach ein bisschen schöner werden und ein bisschen umfangreicher. Und das hätte jetzt natürlich theoretisch auch so weitergehen können nach dem zweiten den dritten Teil, aber da passiert jetzt was dazwischen. White Magic 2 kommt wie gesagt 1988, es wird drei Jahre dauern, bis 1991 91 bis Teil 3 rauskommt und in der Zwischenzeit macht New World Computing nämlich einen Schlenker. Denen geht es gut, wir haben ja gerade schon gesagt, dadurch, dass John Van Cunningham einen großen Anteil von den ganzen Spieleverkäufen selbst bekommt und seine Firma bekommt, herrscht da kein Mangel an Geld und deswegen kann er sich den Luxus erlauben eines kleinen Abenteuers und sich eine eigene Brettspielfirma kaufen, eine existierende Firma namens Task Force Games. Wir haben ja schon erzählt, der ist ein begeisterter Brettspieler John Van Cunningham immer gewesen und auch noch zu dieser Zeit, vor allem eben von Tabletop-Spielen und er kauft jetzt die Firma, die eins seiner Lieblingsspiele herstellt, nämlich das Tabletop-Spiel Starfleet Battles, das auf der Star Trek-Lizenz basiert. Dann schließt New World Computing auch noch ein Lizenzabkommen mit einem anderen Tabletop-Spiele-Hersteller Flying Buffalo und macht dann erst mal Spiele, die von Tabletop-Spielen oder Brettspielen Ableger sind, nämlich sie machen eine Umsetzung von Tunnels and Trolls, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, ein Konkurrent von D&D, das lassen sie in Japan produzieren. Sie machen Nuclear War, ganz bizarres Spiel, ich mag es total gerne, das ist eine Umsetzung von einem Kartenspiel, also auch eine Lizenzumsetzung und sie machen King's Bounty. King's Bounty ist der Vorläufer von Heroes of Might and Magic, das wird mal eine Geschichte sein, die wir an anderer Stelle erzählen, aber auch das leitet sich ab von einem Fantasy-Kampfspiel, also von einem Tabletop-Spiel und das Interessante in King's Bounty ist, dass es von vornherein gedacht ist als ein hybrides Spiel, das ist also eines, das sowohl als Videospiel als auch als Brettspiel erscheinen soll. Aber wie gesagt, diese Geschichte erzählen wir wann anders. Dieses Abenteuer mit Taskforce Games endet auch sehr schnell wieder. Nach zwei Jahren hat John van Cunningham die Schnauze voll davon und merkt, dass da wirklich kein Geld drinsteckt in diesem Brettspielmarkt und stößt das Ganze wieder ab und dann konzentrieren sie sich wieder aufs Kerngeschäft. Parallel ist natürlich schon an Might & Magic 3 gearbeitet worden, aber das hat das Ganze ein bisschen verzögert. Und was natürlich auch noch passiert ist in der Zwischenzeit ist ein Technologiesprung. Der Apple II ist nun wirklich durch. Anfang der 90er, die 8-Bit-Ära ist sowieso durch. Es wird Zeit für die 16-Bit-Ära und die neue Lead-Plattform von Might & Magic 3 wird einigermaßen überraschend in der Zeit. Nicht der Amiga, nicht der SD, nicht die Konsolen, sondern es wird der PC. Das ist eine gute Entscheidung für 1991. Das ist eine Art von Entscheidung, die viele andere Hersteller erst 1993, 1994 getroffen haben, voll auf den PC zu setzen. Und das gibt ihnen ganz andere Möglichkeiten. Also der Amiga ist zu der Zeit ja natürlich noch voll im Saft und eine super Plattform, aber wenn man halt schaut, ist der schon auf dem Weg nach draußen leicht. Und sie nehmen nicht nur den PC als Plattform, sie sagen auch gleich hier VGA, für die VGA-Karten keinen Quatsch machen. Wir fangen jetzt hier vorne an. Wir wollen jetzt nicht der dritte, vierte, fünfte sein, der auf diese PC-Plattform geht. Wir wollen halt gleich beim PC vorne dabei sein, weil das wird die Plattform der Zukunft sein. Genau. Und wir reden jetzt über die zweite Ära von Might & Magic, nämlich die drei Spiele, die dann folgen, Might & Magic 3, 4 und 5, die so ähnlich sind zueinander, dass man die eigentlich in einem behandeln kann. Die passieren auf der gleichen Engine, die sehen gleich aus, die funktionieren auch im Wesentlichen gleich und die erscheinen jetzt im Jahrestakt 91, 92, 93. Und das ist jetzt die Ära, wo sich Might & Magic findet als Serie und wo sie abgeleitet aus vor allen Dingen Teil 2 eine eigene Blaupause finden, die mich sehr fasziniert hat. Das sind die Spiele, die mich eingefangen haben und wo ich auch finde, dass sich Might & Magic ein bisschen abgrenzt von anderen Rollenspielen dieser Ära. Ja, jetzt werden sie anders als fast alle Rollenspiele zu der Zeit, weil sie jetzt ihre Eigenarten herausarbeiten, noch viel mehr als vorher und eine ganze Reihe von eigenen kleinen Features und Skurrilitäten entwickeln, die es so in anderen Spielen nicht gibt. Wenn man das neu spielt, wie ich das ja neu gespielt habe, über den Golf der Zeit hinweg und ich kannte die ganzen Spiele drumherum aus der Zeit, dies kam mir wahnsinnig fremd vor. Ganz anders als Eye of the Beholder oder Lens of Lore oder auch die Ultimas zu der Zeit und das hat natürlich eine eigene Technologie und jetzt nimmt es die Sachen, die es schon hat, es ist schon eine Fortentwicklung, es macht hier nicht alles neu, aber es übersetzt das in diese neue Technologie, in einen ganz neuen Grafikstil und fügt jetzt eine ganze Reihe von typischen Might and Magic Sachen dazu. Erstmal kommt Maus-Support dazu, wir sind ja auf dem PC, das gab es ja vorher auch noch nicht und dann haben sie jetzt eine ganze Reihe von neuen Featuren, sie haben jetzt Charakterportraits im Hauptbildschirm, das gibt es schon bei anderen Spielen zu der Zeit, wie gesagt, Dree 6 hatte das auch schon, aber es ist ja nicht so, dass jedes Spiel das hat, viele Spiele haben dann Charakterportraits erst sozusagen in einem zweiten Screen, also wenn du halt auf eine Figur klickst, dann kommst du in so ein Inventarscreen wie bei Dungeon Master oder so und dann hast du da das Portrait, aber die haben das jetzt ständig präsent, die Charaktere gucken dich immer an und du kannst immer sehen, dass sie da sind und um diese Charakterportraits gibt es ein kleines Informationssystem, unter den Charakterportraits sind so kleine Anzeigen, Lifestones nennt das Spiel die, die verschiedene Farben haben können, Rot, Gelb, Grün für so Zustände, die die Figur hat, also wenn die halt keine Hitpoints mehr hat, dann wird sie halt rot und wenn sie voll aufgeladen ist mit vollen Hitpoints, ist sie halt grün und gelb ist dazwischen, also noch so ein Zusatzsystem anstelle einer Hitpoint-Anzeige und das aller auffälligste Feature, das auch echt ungewöhnlich ist, weil diese Charakterportraits gibt es in ganz vielen verschiedenen Ausprägungen und die Charaktere verändern ihr Aussehen, je nachdem, in welchem Zustand sie sind und da geht es nicht nur darum, ob sie angeschlagen sind oder wenig Hitpoints haben, sondern das sind ja Rollenspiel-Charaktere, die können versteinert, vergiftet, getötet, krank, eingeschläfert werden, was gibt es noch, irre können sie werden und diese ganzen Statuseffekte, die es in Rollenspielen in Massen gibt, die werden alle hier auf den Charakterportraits durch Gesichtsausdrücke dargestellt. Das ist so irre, Christian. Das ist ganz wunderbar. Das ist ein ganz tolles Feature. Es trägt ein bisschen zur Stimmung und vielleicht auch dem eigenwilligen Humor bei, weil das geht ja ins Cartoonige, gerade wenn den Figuren die Augen herausquellen oder sie wirken, weil sie vergiftet sind und sowas. Aber es ist natürlich dadurch deutlich lesbar. Also du weißt schon, wenn irgendwas nicht stimmt mit deinen Leuten. Und das läuft unter einem größeren Rubrum, nämlich dem Rubrum des Zeigens, dass das Spiel jetzt bereit ist, Dinge darzustellen, die es vorher vielleicht nur in Zahlen verkleidet hat oder in irgendwelche Texte. Und Zeigen ist auch das große Stichwort, denn Might & Magic 3 ist das Rollenspiel mit dem Willen zur grafischen Opulenz. Diese Apple 2 Versionen von den ersten beiden Spielen waren nie State of the Art. Schon allein deswegen, weil sie auf einer Plattform rausgekommen sind. Der Apple 2 stammt von 1979, ne, 78 irgendwas. Also zu dem Zeitpunkt, wo Might & Magic rausgekommen ist, war die Plattform schon fast ein Jahrzehnt alt. Da war also nichts mit State of the Art, auch in den Portierungen nicht. Dieses Spiel, Might & Magic 3, ist jetzt State of the Art auf dem PC. Das ist ein VGA-Grafikspiel im Jahr 1991 und ein wunderschönes noch dazu für ein Rollenspiel dieser Ära. Das hat viele grafische Effekte. Dazu gehören also auch diese kleinen Icons, die sich verändern von den Figuren und die Effekte in der Spielwelt, Pfeile, die in die Spielwelt fliegen, wenn du sie abschießt, die ganzen Zauber-Effekte Typen, die es in dem Spiel gibt, werden alle mit eigenen Symbolen dargestellt. Und das hat vor allen Dingen eine Hochglanz-Grafik in der eigentlichen Spielwelt. Das beginnt schon bei der Stadt. Du beginnst das Spiel in Fountainhead, der ersten Stadt, und diese ganze Stadt besteht aus Marmor-Wänden, aus so einem blau-weißen Marmor, wo die Säulen stehen, so leichte Reliefs in die Wände geprägt sind und die Marmorplatten dann da dran geflanscht sind und davor stehen Brunnen, aus denen riesige blauen Köpfe tragen, die Hände ausstrecken und daraus läuft das Wasser. Ich habe das damals angeguckt und habe noch nie ein schöneres Spiel auf meinem PC gesehen gehabt. Das war phänomenal, wie gut das aussah. Es sieht aus heutiger Sicht sehr bizarr aus, insbesondere dieser Stadt in Fountainhead, der wahnsinnig artifiziell aussieht, mit dieser Stadt, die eher wie so ein Vergnügungspark wirkt und nicht wie eine natürliche Stadt. Aber du hast schon recht, das sieht sensationell aus. Wir sind im Jahr 91 und schon ein Jahr später fängt es an und zwei Jahre später definitiv kommt der Schritt auf die richtigen 3D-Engines. Dann wechselt sich das, Ultima Underworld haben wir auch schon besprochen, das erscheint ein gutes Jahr später. Und dies hier ist aber der Höhepunkt der kachelbasierten Pseudo-3D-Engines, wo du dich so Schritt für Schritt durch die Welt bewegst. Das ist zu dem Zeitpunkt das Schönste, kurz danach, 93 aber erst, kommt dann gegen die ganze Konkurrenz der anfangenden 3D-Engines, kommt dann nochmal Lands of Lore. Das ist nochmal deutlich schöner, aber das ist ja auch nochmal zwei Jahre hin fast. Also zu diesem Zeitpunkt ist das halt ungeschlagen. Genau, da hat Might Magic den Boden bereitet. Also das war qualitativ ein Quantensprung im Vergleich zu den Vorgängern und auf dem PC zu dieser Zeit war das ein bildhübsches Spiel und es hat mit dir gesprochen, das hatte Sprachausgabe im Intro, da siehst du einen im All schwebenden Kopf von Shelton, der spricht zu dir, das klingt so. I am Shelton, Guardian of Terror. Twice now you have defeated my test, thinking yourself worthy of invading my world. Walk carefully then through this third challenge and take heed your final decision is truly what you desire for the course of destiny cannot be turned once set in motion until our next meeting mortals. Das ist ein Jahr vor dem Guardian, der aus Ultima 7 zu dir spricht. Ich bin ja damals hier zerflossen vor Begeisterung in unserer Ultima 7 Folge, weil mich das so weggeblasen hat. Der Guardian Kopf, der ist ja auch ganz toll, aber war halt nur ein Derivate. Ein Jahr vorher hat man es schon sehen können in Might and Magic 3 und diese Grafik, also im Spiel ist immer noch diese krachelbasierte Welt, durch die man sich schrittweise bewegt. Das hat nicht diese Echtzeit, die du im Dungeon Master oder Eye of the Beholder hast. Das ist schon immer noch ein rundenweises Spiel. Da hat sich grundsätzlich nichts verändert an der Spielmechanik. Aber wie das jetzt dargestellt wird, wie diese Welt aussieht und die Vielzahl von unterschiedlichen Monstern, die sich darin bewegen, das ist eine neue Qualität gewesen. Das zieht sich durch bis zum Ende des Spiels. Might Magic 3 hat mich damals am Ende noch mal richtig abgeholt, weil das nämlich ein spektakuläres Outro hat. Das hat noch kein so richtig tolles Intro, kein Vergleich zu dem Intro aus Might Magic 5, das spektakulär gut ist, aber das Might Magic 3 belohnt dich am Ende mit einer sehr schicken Outro-Sequenz. Gibt nochmal Sprachausgabe, gibt schöne Animationen, da ist man natürlich auch wieder auf einem Raumschiff diesmal unter Wasser und dann werden da die Fluchtkapseln gestartet, wo Shelter und Korak und man selbst abhaut und das zeigt das Spiel dann mit sehr hübschen Animationen und Zoom-Effekten Bildschirm füllend. Ach, das war damals der Hammer. Ja, das schaust du heute an und dir fließt ein Speichelfaden aus dem Mund vor Langeweile, aber wir saßen da damals davor und dachten, wir haben die Zukunft gesehen, sowas habe ich noch nicht gesehen auf meinem PC-Monitor. Also es hat einen sehr deutlichen Willen zu Opulenz, Sahnetortenhaft finde ich, dieses ganze fette Angebot und das macht aus seinem Hauptbildschirm total viel. Es ist ja schon immer eine Serie, die nicht umschaltet für die Kämpfe, sondern die die Kämpfe halt in der normalen Grafik stattfinden lässt. Jetzt sind die hier super animiert, diese Figuren zeigen spektakuläre Verrenkungen, wenn du jemanden triffst, zeigen spektakuläre Verrenkungen, wenn sie dich treffen, das wird Blut angezeigt, wenn du sie triffst, also ein Treffer-Feedback und jetzt kannst du sie schon mehrere Schritte entfernt sehen, verrückt, die werden schon drei, vier, fünf Schritte entfernt, werden sie schon angezeigt und eine wirklich passende Erweiterung des Kampfsystems hier, du kannst schon in der Ferne auf sie schießen und dann fliegt halt der Pfeil in die Welt hier, so ins Pseudo-3D und kann da schon treffen und du kannst auch da schon Sprüche wirken und das ist ein wichtiges taktisches Element für das Spiel und das unterstützt das Kampfsystem ziemlich was ich überhaupt nicht bemerkt habe beim ersten Mal spielen am Anfang wo ich Minuten für gebraucht habe und mich dann so gefreut habe ist, das hat so Ornamente um den Hauptbildschirm rum unten ist so ein Kristall und der ist sozusagen der Button der das Optionsmenü öffnet das ist schon mal ganz schön dass der da so elegant eingefügt ist aber links und rechts sind so Wasserspeierfiguren die so aussehen als wären sie aus Stein und die sich so am Rand dieses Bildschirms festhalten und in die Spielgrafik also in die 3D-Grafik sozusagen reinragen was eigentlich theoretisch ein störendes Element ist aber was da sehr schön aussieht und wie ich mich gefreut habe Christian als ich gemerkt habe dass die auch eine Funktion haben weil nämlich wenn du vor einer Geheimtür stehst dann fängt der eine Gargoyle rechts aufgeregt an zu winken um dir das zu signalisieren wenn du den Skill dafür hast wenn du den Skill dafür hast genau und das ist perfekt weil es gerade auffällig genug ist dass du es fast nie übersiehst aber jetzt auch nicht so Holzhammer mäßig dir ins Gesicht springt und der linke Gargoyle hat so Flügel und wenn du fliegst dann steckt er mit den Flügeln das ist so süß ja das ist wirklich sehr sehr schön also zugrunde liegend ist das natürlich ich sagte schon immer noch das gleiche Prinzip und auch hier steht im Mittelpunkt dieser Gedanke dass dir eine Welt zu Füßen gelegt wird die du vergleichsweise frei erkunden kannst es gibt wieder diese große Oberwelt mit dem dritten Might and Magic wird diesen 16x16 Raster das sich weiterhin durch die Serie zieht das es immer noch gibt und das hier auch diese ein bisschen seltsame Auswirkung hat dass du Monster in der Ferne nur bis zum Rand so einer 16x16 Fläche sehen kannst da gibt es eine unsichtbare Grenze und wenn du da drüber trittst eine kleine Ladezeit dann bist du im nächsten Gebiet und auf einmal steht dir ein Monster vor der Nase das du vorher nicht sehen konntest das ist eine etwas seltsame Einschränkung der Engine die offensichtlich auch noch ein Erbe ist von dem alten Might and Magic Spielen aber ansonsten erweitern sie also diese Spielwelt um eine weitere Spalte also es kommt noch eine Spalte von 16x16 Feldern hinzu aber ansonsten ist die Spielwelt so ähnlich groß wie in den Vorgängerspielen auch und auch da wenn du das als Raster siehst auf einem Papier oder sowas dann kommt dir das nicht so groß vor aber in der Ego-Perspektive in dieser Welt rumzugehen da erscheint einem die riesengroß diese Welt von Might and Magic 3 4, 5 und sie funktioniert also wie gesagt immer noch so dass sie dir erstmal offen darlegt und dass du in diese Welt hineingehen kannst und schaust was da zu finden ist sie ist grundsätzlich offen und dann gibt es immer die Frage wo mache ich weiter jetzt wenn ich in Might and Magic 4 zum Beispiel stehe gehe ich jetzt rüber in die Wüste in den Nordwesten wo die Mannsgroßen Skorpione herumkrabbeln und wo sich Sandgolems vor dir aus dem Sand erheben und Riesenwürmer durch den Sand graben die einen Helden mit einem Haps fressen können oder gehe ich lieber südlich darunter in die Schneeregionen in deren Wäldern Schützen lauern die elektrisch aufgeladene Pfeile verschießen und da gehen wir nicht hin das ist ganz unangenehm ja das ist schon high leveliger genau aber bei den Sandwürmern war es auch schlimm noch schlimmer sind die Lavafelder im Nordösten da wo meine Helden zu verbrennen drohen in der glühenden Lava und Lava Golems stapfen herum und mehrköpfige Hydras schwimmen da durch die Lavaseen oder ich schaue in mein Inventar ob ich einen Schlüssel gefunden habe zu einem von den vielen Dungeons oder den Türmen die da in der Landschaft stehen in denen ich schon vorbeigelaufen bin und versucht habe reinzugehen und dann hat mir ein Wächter am Tor gesagt ohne den richtigen Schlüssel komme ich hier nicht rein und hat mich wieder weggeschickt und auch das in Sprachausgabe und das ist halt einfach cool weil du dich durch diese Welt bewegen kannst die so ein bisschen natürlich segmentiert wird und gesteuert wird durch die Qualität der Monster die da über in der Landschaft stehen da sind halt einfach viele die sind zu stark für dich in dem Moment aber wenn du clever bist und geschickt Zauber einsetzt und viel rastest dann kannst du auch echt eine Liga oder zwei über deinem Niveau kämpfen und wenn du nicht so geschickt bist oder das nicht tun möchtest dann grindest du halt erstmal woanders bis du stärker wirst dann gibt es eben diese Oberwelt und das Spiel hat die Ebene unter der Erde in den ganzen Dungeons und es hat aber auch noch eine Ebene über der Erde es gibt auch noch eine Wolkenwelt in Might and Magic 4 heißt der Clouds of Scene da steckt das sogar im Namen die Wolkenwelt oben drüber in Might and Magic 5 ist das dann die Sky Road die Himmelsstraße und das ist für dich dann diese Spielwiese und was Might and Magic ab dem dritten Teil und dem vierten und fünften noch eine viel größere Konsequenz macht in den ersten beiden finde ich dass dir das als eine Art Fantasy Spielwiese präsentiert wird das Spiel versucht überhaupt nicht hier den Anschein von der funktionierenden Welt zu erwecken das ist kein DSA Spiel zum Beispiel wo es kleine Gemeinwesen gibt und eine Reisekarte und wo du da Leute unterwegs treffen kannst und dann gibt es Wohnhäuser und Bauernhöfe und was weiß ich also was halt so eine Welt bräuchte um einigermaßen realistisch zu sein das gibt es hier alles nicht hier gibt es keine Infrastruktur außer ein paar Straßen und Städte hier gibt es keine Bauernhöfe oder sonst irgendwas hier gibt es ja noch nicht mal Menschen du begegnest in der Welt nur und ausschließlich Monstern und wenn mal ein NPC oder ein Questgeber auftaucht dann hockt er in einem Zelt oder einem Wagen an einem festen Ort aber hier bewegt sich in dieser Welt nichts außer Gegnern und dir ist also ein reiner Fantasy Flickenteppich das ist eine Welt wie aus Super Mario Levels zusammengebaut die Schneewelt die Lava Welt die Untergrundwelt die Wolkenwelt und so weiter und die ist für dich gemacht um dich dadurch zu schnetzeln das muss man mögen also ich fand das aus der heutigen Sicht und auch glaube ich aus meiner damaligen Sicht ich bin ja so jemand der für Immersion ist in solche Welten und mich da komplett reinfallen lassen will in so eine innere Logik mein Style ist das nicht aber ja Immersion innere Logik ja das kann es nicht nee das will es auch nicht es hat schon in den ersten beiden Teilen angedeutet dass es in Teilen ein lustiges Spiel sein will dass es Insider-Humor hat und kleine Gags und sowas und im Teil 3, 4, 5 kommt das aber ganz schön mit dem Holzhammer nochmal raus also ich hab mir jetzt nicht alles notiert aber es gibt Monster die sind halt so riesige Füße es gibt Monster die sind nur so fliegende Köpfe die dich so anschreien und die deutsche Übersetzung Alter die macht das auch noch so richtig transparent mit englischen Wörtern da kommst du ja noch irgendwie klar das wirkt ja noch irgendwie exotisch aber wenn halt Monster auf dich zukommt das Quetschhand heißt ja dann weißt du schon wo da der Humor herkommt und ich hab so ein bisschen das Gefühl um mal so ein Gleichnis darauf zu finden es gibt so in vielen Rollenspielrunden gibt es also unterschiedliche Arten von Spielern und ich bin halt so derjenige der sich dann so nach vorne beugt und den Kopf in die Hände stützt und dann mit hoher Konzentration versucht sich da durchzuschauspielern und immer in Charakter zu bleiben und dann gibt es Leute die machen Realweltwitze das ist ja so wie keine Ahnung als wenn Präsident Trump jetzt käme oder sonst irgendwas und das ertrage ich nicht wenn Leute das tun das ist ganz schlimm das ist böse diese Menschen gehören in den siebten Kreis der Hölle verbannt und das ganze Spiel wirkt so wie von solchen Leuten gemacht das scheut sich nicht da Anspielungen auf die reale Welt zu machen das scheut sich nicht mich aus der Stimmung zu reißen das will gar keine Stimmung mir geben das will in sich lustig sein im vierten Teil in einer der Städte da gehst du auf so eine Bank also so zum Draufsetzen da gibt es so Bänke zum Draufsetzen im Park und dann klickst du auf die Bank und da steht hinten drauf wer das liest ist doof und Alter das geht nicht Christian das geht nicht das ist eine Spieleserie da beginnt der vierte Teil mit dem New World Computing Logo damit da ist eine Echsenkopf in dem Logo und das verbrennt eine Fliege und im fünften Teil wiederholt sich die Szene nur dass der Echsenkopf da ein Insektenspray eine Dose Insektenspray zieht und die Fliege damit absprüht das ist der erste Bildschirm des ganzen Spiels der Logo Bildschirm und ab da ist alles klar Ja und dann lacht er noch ganz schäbig Ja genau aber ich meine ab da ist alles klar da ist die Tonalität gesetzt und ja es ist ein sagen wir mal ein augenzwinkendes Spiel es ist aber kein Comedy Spiel sondern es streut halt diese leichten Elemente in seine Spielwelt ein es ist eher ein cartooniges Spiel an vielen Stellen gerade in seinen Gegnern weil die sind ja im Englischen sagt man all over the place die sind ja einfach Kraut und Rüben da ist ja alles zusammengewürfelt was sich halt so ausdenken lässt also Might and Magic 4 und 5 vor allen Dingen hat Gnom-Vampire Riesenkröten Hofnarren die mit Bällen jonglieren die sich als Granaten rausstellen die sie auf dich schmeißen du hast schon die Riesenfüße erwähnt die kleine Flügel haben und nach dir treten und so weiter es hat Drachenmumien spektakulär ja und es hat natürlich Orks und Goblins und Zwerge und Ledermäuse und was man alles braucht da ist alles dabei von naheliegend bis bizarr und es ist alles schick animiert die haben alle eigene Angriffsanimationen die haben Animationen wenn sie getroffen werden und sie haben eigene Soundeffekte und auch die gehen häufig ins Cartoonige und haben aber eine starke Prägnanz und da sind mir einige davon noch so im Ohr geblieben ich spiele hier mal schnell ein paar ein weil ich die so schön finde und jeder der Might and Magic 4 und 5 gespielt hat der wird jetzt sofort auch eine wohlige Erinnerung haben wir haben zum Beispiel in Flussstadt da gibt es ein Trainingsgelände und dahinter ist ein abgeschlossener Raum da sind ein paar Young-Ritter drin und wenn die angreifen dann klingt das so oder in Might and Magic 5 auf den Wiesen vor der ersten Stadt krabbeln kleine elektrifizierte Tausendfüßler rum Elektropoden deren Angriff klingt so und in der Stadt Nachtschaften da lauern die Gnom-Vampire die klingen so und in einem der Türme da gibt es sogenannte Magie-Magier überhaupt die Übersetzung der Name aber sie klingen so toll wenn sie angreifen nämlich so also die Soundkulisse ist hübsch weil es diese prägnanten Soundmarken für viele von diesen Monstern gibt und das geht eben wie gesagt alles so ein bisschen ins Cartoonige die ganze Darstellung das ganze Visuelle und Sounddesign aber das fügt sich dann mit der launigen Adlib-Musik und den knackigen Treffergeräuschen die sehr klares und befriedigendes Feedback geben zu einer atmosphärischen Soundkulisse zusammen wir laufen hier als Beispiel mal kurz in Might and Magic 4 durch das Grasland vor der Stadt Vertigo und bekämpfen ein paar Orks deren Nahkampfangriff daran besteht eine Giftwolke auf uns zu würgen so klingt das Spiel das ist schon ein klein bisschen eigenwillig ja das muss man mögen also man schaut in diese Welt sieht da halt die Quetschhand von da hinten kommen und guckt dann in die Augen seiner Charaktere die alle Grimassen ziehen da muss man halt durch und diese Welt du hast es sehr treffend beschrieben das versucht nicht eine Fantasywelt zu sein und das ist auch nachgerade bizarr andere Menschen kommen immer in so Andeutungen vor mal findest du einen anderen Menschen der in so einem Zelt wohnt das kann man ja noch irgendwie verstehen dass man sich in so ein Zelt zurückzieht wenn da so Monster sind aber dann gehst du halt in die Kneipe die halt natürlich auch menschenleer ist aber wenn du dann auf den Interaktionsbildschirm da drin klickst dann siehst du plötzlich so einen gezeichneten Raum mit lauter Leuten drin oder du gehst in die Bank und dann ist da eine animierte Szene also wenn du da durchgehst durch die 3D-Ansicht der Bank ist da nichts und wenn du dann auf den Schalter klickst und dann hast du so eine animierte Szene von der Bank wie da mehrere Leute mit dir reden und das sind halt überwältigende Porträts immer ja dann kommst du in so ein Gebäude und dann ist da so ein charaktergroßer Bildschirm wo dich jemand anguckt ein volles Gesicht und so richtiger Mensch und so und in dieser total leeren Welt in der sonst nichts ist gar nichts das sind alles nur so hingepfropfte Elemente es ist alles Kulisse es ist wie ein Vergnügungspark und nicht wie eine Welt Disneyland genau da wo es dann drauf ankommt da wird dann auch reingezoomt im wahrsten Sinne des Wortes wenn du zum Beispiel so einen Dungeon oder einen Turm betrittst dann wird das aus dem kleinen Spielfenster wird das Bildschirm groß rausgesoomt auch ein schöner Effekt für die Zeit und dann kommt ein riesiges Sprite von einer Kreatur kommt dann ins Bild der Wächter von diesem jeweiligen Ort und spricht mit dir in Sprachausgabe und ab dem vierten Teil also 1992 in deutscher Sprachausgabe auch eines von den frühen Spielen die in Deutschland für den deutschen Markt schon übersetzt wurden und natürlich wie man sich es vorstellt dann eher unfreiwillig komisch an manchen Stellen also wenn du zum Beispiel in Dark Side of Xen also im fünften Teil in so einen Turm rein möchtest dann kommt da ja eine Frau eine Magierin mit orangener Haut eine junge Frau und sagt ihr braucht den Schlüssel und wenn man den Schlüssel dabei hat dann sagt sie ein bisschen konsterniert wo habt ihr denn den Schlüssel her na wenn es denn sein muss mit so einem Schulterzucken da geht sie dann quasi wieder weg und lässt sie in diesen Turm rein mein Favorit ist wenn man zum Trainieren geht im fünften Teil dann fragt nämlich der Kampfmeister ihr wollt trainieren? und immer dann wenn man tatsächlich trainieren kann also eine Level aufsteigt eine Stufe aufsteigt dann quittiert er das immer mit ja ganz gut und wenn man aber nicht genügend Erfahrungspunkte hat um trotzdem versucht zu trainieren dann sagt er und tschüss das hörst du halt hundertmal im Laufe von einer Partie und das fräst sich so rein ich finde das super sympathisch auch in seinem kruden Charme den es da hat das Handbuch listet die Synchronstimmen einzeln auf und ich habe mir die Mühe gemacht die Leute alle zu googeln wow und wenig überraschend nicht einer davon ist ein Synchronsprecher natürlich das sind alles Mitarbeiter von Softgold vom deutschen Vertrieb ja eine der Frauenstimmen ist Susanne Diek die war Produktmanagerin dann ist da Willi Becker einer der Faktor 5 Leute der wahrscheinlich zufällig im Büro war Chris Schmitz der heute bei Remedy ein hohes Tier ist der damals als Praktikant noch gearbeitet hat diese Leute werden da wahrscheinlich reingetrieben in ein Studio vor das Mikro gezerrt und müssen dann diese Sätze sagen und ehrlich so klingt das dann auch das ist alles ein bisschen unbeholfen und amateurig aber ich habe es dem Spiel gar nicht übel genommen weil es so in diese Stimmung passt das ist ja eh nicht ernst ja und wie viele Spiele haben zu der Zeit mit uns gesprochen ja das stimmt so häufig auch also das war schon noch was besonderes aber ja es passt natürlich eben zu diesem bunten und zusammengewürfelten und Might and Magic in dieser ersten Ära also bis Teil 5 sind keine Erzählspiele auch wenn es diese Rahmenhandlung gibt um Shelton und Korak die ist ja eh schon windel dünn und das ist dem Spiel auch einigermaßen wurscht das möchte da jetzt nicht eine große stringente Story erzählen das möchte keine tief ausgefeilten Charaktere einführen das sind alles Abziehbilder das sind alles irgendwelche NPCs die drei Sätze sagen hier ist Quest danke hier ist Belohnung und dann ist schon wieder Ende also das ist nicht die Ambition des Spiels das ist ein wildes Potpourri an mehr oder weniger originellen Ideen in einer bunten Welt deswegen findet sich in der Welt von Might and Magic finden sich dann halt Dungeons die noch so klassische 80er Jahre Rätsel Ideen haben da findest du den Rindentempel zum Beispiel da ist in einem Level die Aufgabe füttere die Wurzeln und nicht die Äste und dann musst du auf die Karte gucken und siehst dass dieses Dungeon so gestaltet ist dass das nach oben ausfächert als ob es Äste eines Baums wären die Gänge und nach unten als ob es Äste von Wurzeln wären und dann findest du in Wandnischen da Köpfe denen du Edelsteine füttern kannst und du musst halt die richtigen füttern indem du dann auf der Automap entdeckst dass eben das Dungeon quasi diesen Baum repräsentiert oder es gibt ein Dungeon das ich persönlich super mochte in dem dann zusammengefügten Spiel davon erzählen wir dann später noch im Dungeon of Death im Dungeon des Todes da ist ein Level dann auf einmal ein Kreuzworträtsel Level da ist jeder Gang der aus diesen einzelnen Kacheln aus diesen Feldern besteht steht dann jedes Feld für ein Buchstaben und du musst dann da diesen Kreuzworträtsel lösen und die richtigen Lösungen eintippen und das macht ja in keiner denkbaren Fantasy Welt macht das irgendeinen Sinn aber es ist halt eine originelle Herausforderung für mich den Spieler in diesem Moment und so funktionieren die Martin-Magic-Spiele da möchte jeder Dungeon jede Stadt jeder Abschnitt der Welt möchte ein bisschen einen anderen Twist ein bisschen eine andere Herausforderung haben und dich immer mal wieder zum Knobeln bringen diese gute alte Mischung die Anfang der 90er schon anfängt ein bisschen abgestanden zu wirken wo andere Serien Ultima allen voran schon längst in Richtung von einem ernsthaften Erzählspiel gegangen sind ja die Rätsel sind Hit und Miss also mal ist es ganz cool und mal ist es nachgerade bizarr und auch nicht nachvollziehbar und nur Trial and Error alles ein bisschen komisch weil das Spiel gibt sich total einsteigerfreundlich es hat super viel Komfortfunktionen und es hat auch echt viele Möglichkeiten sich das Leben leichter zu machen also wir sprechen jetzt maßgeblich über Teil 4 und 5 schon wir haben den 3er jetzt ein bisschen hinter uns gelassen die 3, 4 und 5 fahren wir auch die gleiche Engine also deswegen sind die Unterschiede jetzt nicht so groß aber im ersten konntest du nur in den Adventure-Gilden speichern also am ganzen Spiel nur an neuen Orten und mit dem dritten Teil kannst du dann überall speichern das ist ein Riesenforte du kannst auch überall ruhen wie in vielen Rollenspielen kannst dich da aufladen das hat auch keine großen Nachteile du alterst dann halt ein bisschen wenn du zu viel rastest aber das ist kein Problem in dem Spiel und das kannst du auch wieder beheben das heißt eigentlich kannst du in fast allen Stellen weggehen dich irgendwo erholen speichern und wiederkommen und das Spiel hat ein großzügiges System bei den Zaubern nämlich dass es einen Zauber gibt mit dem du in die Stadt zurück kannst wo du dich in der Regel heilen kannst in einem Tempel und an einem Tempel kannst du auch Flüche und derartige Sachen loswerden gegen relativ wenig Geld und das heißt eigentlich kannst du mit diesen Methoden mit dem ewigen Rasten mit dem ewigen Speichern und dem zack zack hin und her in die Städte kannst du eigentlich fast alle Situationen lösen es sei denn es ist ein viel zu starker Gegner der den Weg absperrt oder ein unlösbares Rätsel das ist ganz cool das erklärt sich auch an vielen Stellen gut und es hat ein Questlog das ist auch nicht selbstverständlich für ein Rollenspiel von 1991 wo alle Aufgaben nochmal aufgeführt werden und so das ist alles ganz cool und dann aber auf der anderen Seite ist es halt so bizarr an vielen Stellen und bei den Rätseln so undurchsichtig dass es dann doch wieder nicht so einsteigertauglich ist finde ich ah ja gute Beobachtung finde ich beides also diese ein bisschen inhärente Schizophrenie dass das einerseits ein sehr einsteigerfreundliches Rollenspiel ist und andererseits dann aber auch sehr oldschoolige Herausforderungen hat und eigentlich eine oldschoolige Herangehensweise an Rollenspieldesign es gibt da ein ganz interessantes Zeitzeugnis dazu nämlich zur Zeit von Might and Magic 2 da gab es einen Test in der Computer Gaming World also der wichtigsten US-amerikanischen Zeitschrift jener Zeit verfasst von Scorpia eine der bekanntesten Spielejournalistinnen der USA in dieser Zeit und die mochte Might and Magic 2 nicht besonders die hat das also einigermaßen verriss es vielleicht zu viel gesagt aber sie hat kritische Worte gefunden in ihrem Test und dann zwei Ausgaben später wird dann ein Leserbrief abgedrückt ein sehr langer von John van Canegam der sich bitterlich beschwert über diesen Test und der mit ihr und dem Test ins Gericht geht und da also relativ ausführlich beschreibt warum er denkt dass das unfair ist und was doch eigentlich alles besonders ist dass dieser Kernvorwurf dass das doch einfach nochmal das gleiche Spiel sei den Scorpia gemacht habe völlig an der Realität vorbeiginge und das ist deswegen ganz interessant weil man da so ein bisschen einen Einblick bekommt was er für wichtig hält also was er glaubt was zentrale Neuerungen an seinem Spiel sind und warum sein Spiel so ist wie es ist und als eines der zentralen neuen Features identifiziert er diesen wählbaren Spieligkeitsgrad für ihn ist das eine ganz wichtige Sache und besonderes Alleinstellungsmerkmal und er beschreibt auch in so einer Art ja kurzer Beschreibung seiner Philosophie dass er kein Spiel spielen möchte indem man viele Wörter eingeben muss oder indem man generell auch viel mit Wörtern arbeiten muss auch lesen muss er mag Fantasy Roleplaying Spiele und spezifisch also auch Might and Magic weil man das dann nicht machen muss für ihn soll ein Spiel schnell sein einfache Kommandos Multiple Choice Menüs maximal aber kein langes Vertun kein langes Tippen kein Text Adventure und so weiter es gibt später auch ein Interview mit ihm im offiziellen Might and Magic Compendium wo er auch von sich selbst sagt dass er nie ein Leser war oder ist also er ist noch nicht mal mit Comics aufgewachsen er hat kein Tolkien gelesen er war ein Fernsehkind er hat also alles visuell aufgenommen die Informationen Text ist ihm zu anstrengend er ist er zu ungeduldig dafür und in seinen Spielen ist es auch reflektiert keines der Might and Magic Spiele hat wahnsinnig viel Text und alle von diesen Might and Magic Spielen erzählen nicht sonderlich viel sondern sie sind sehr erlebnisfokussiert die Spiele sollten am besten selbsterklärend sein sagt John van Kennegan und gerade ab Might and Magic 3 sieht man dass die Formel die ja in Ansätzen schon im zweiten drin war mit so ersten Komfortfunktionen wie der Automatrix Schwierigkeitsgraden und so weiter dass das viel stärker durchschlägt und dass Might and Magic also von seiner Handhabung her ein zugängliches Spiel wird ja das stimmt also wie gesagt das steht eben so ein bisschen im Wege dass es ja immer noch ein Explorationsspiel ohne viel Erklärung ist ja und ich würde sagen ein unkomfortableres und schwierigeres Spiel mit mehr Handlungskontext könnte man vielleicht noch als zugänglicher empfinden als das hier aber er ist da schon richtungweisend und auch früh dabei also den Spieler so zu ermächtigen indem der Spieler halt Schwierigkeitsgrade auswählen kann in dem Genre und ich finde das hat er ganz zu Recht als zentrales Feature identifiziert ich finde diese große Kontroverse mit ihm und Scorpia ich finde die Scorpia liegt nicht vollkommen daneben in ihrem Test und er liegt in seiner Kritik aber auch nicht vollkommen daneben er reagiert natürlich total über nachdem er halt diesen Leserbrief geschrieben hat der länger ist als die Kolumne von Scorpia dazu naja nicht ganz naja also aber fast ja über eine halbe Seite auf den Leserbriefseiten und Scorpia antwortet noch kurz darauf gibt aber gar kein Pardon aber er lässt sie dann im nächsten Spiel vorkommen im dritten Spiel in so einer super hässlichen Monsterrolle lässt er sie als das Scorpia Monster auftreten und das ist schon ein echter übler Schachzug finde ich für so einen Spieleentwickler das hätte er sich mal sparen können also das ist eine Fußnote der Geschichte dieser Beef zwischen den beiden aber wie gesagt ein ganz interessanter Einblick dann in die Art und Weise wie John van Cunningham dachte und über seine Spiele denkt und relevant wird es dann halt vor allen Dingen wie gesagt ab Teil 3 und ja gerade der dritte Teil ist schon noch so ein Zwischending insofern als du startest da in Fountainhead das ist von Schleimmonstern überrannt und Insekten und wenn du jetzt mit deiner Frischlingsparty da direkt in den Kampf gegen die ziehst dann wirst du ziemlich häufig von denen totgeschlagen das kann ganz schön frustrierend sein weil da muss man auf den Gedanken kommen dass man vielleicht erstmal aus der Stadt raus geht und draußen die Goblins auf der Wiese abräumt die sehr viel einfacher sind und wenn man dann ein, zwei Level hat dann ist auch die Stadt kein Problem mehr und kann aber sein dass der Spieler der das falsch versteht oder der denkt ja klar Anfangsstadt hier muss ich jetzt meine ersten Monster bekämpfen dass der dann ziemlich frustriert schon an der Stelle die Segel streicht das wird dann ab dem vierten Teil viel besser da kannst du dich auch wirklich erstmal in der Stadt aufhalten und kommst da auch problemlos dann durch aber Might and Magic ist noch ein Spiel wo Magie was ja auch ein Teil des Namens ist eine durchaus relevante Rolle spielt und es gibt viele Situationen im Spiel wo Gegner insbesondere wenn die irgendwelche Elementarangriffe haben also Feuerspein oder Feuerbälle auf dich werfen oder mit Blitzen schießen oder sonst irgendwas wo der entsprechende Schutzzauber gegen diese Elemente einen riesigen Unterschied macht ja das kann von einem unschaffbaren Kampf kann das dann zu einem Baby leichten werden mit einem einzigen Zauberspruch und du musst ihn aber halt anwenden das ist dann Sachen die musst du dann halt auch lernen das ist Wissen das du dir erschließen musst das macht das Spiel viel mehr als andere Rollenspiele scheint mir sag mal ob du das anders empfindest das hat so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip aber massenhaft so du musst halt einen Charakter haben der eine bestimmte Sache kann und dann ändert sich das Spiel für dich schon im ersten Teil musst du einen Charakter haben der weiblich ist sonst kommst du in einen Ort gar nicht rein weil da Männer nicht rein dürfen und du brauchst einen Charakter der Kartografie kann sonst geht eine Funktion im Spiel nicht die Automap alle Charaktere müssen Fahrt finden können sonst kannst du nicht durch Wälder gehen alle Charaktere müssen klettern können sonst kannst du nicht über Berge steigen ein riesen Hindernis im Spiel das habe ich überhaupt nicht gecheckt ich habe ja wie gesagt mit Teil 4 angefangen und wusste überhaupt nicht dass man groß über Berge gehen kann und der einzige Typ der einem das beibringt der ist halt in der Flussstadt glaube ich an so einer Ecke und das ist aber wichtig zur Rätsellösung es ist nicht nur eine Komfortfunktion ja irgendwann du sagst riesiges Hindernis ich sage Metroidvania Prinzip du hast halt natürliche Hindernisse in der Spielwelt wie Berge oder Wälder wo du erstmal dann vorbeigehen musst und wenn du den entsprechenden Skill dann dir erwirbst den du ja auch nicht von Anfang an haben kannst dann werden dir auf einmal neue Gebiete zugänglich das ist doch wunderbar ja das stimmt das Spiel sagt es aber halt nicht du läufst halt nicht von der Tür sondern das war ein typisches Beispiel du kriegst relativ früh an einer leichten Stelle im Spiel einen Auftrag hier die Ogre die haben mich angegriffen oder mich verhauen oder was weiß ich und die wohnen hier in der Nähe in den Bergen such die mal und dann gehst du da hin und dann sind überall Ogre und dann haust du die um und dann habe ich echt Stunden das Ogre Lager gesucht wo die wohnen weil man deren Lager zerstören muss und das Lager liegt halt auf einem Bergfeld und zu dem Zeitpunkt wusste ich aber nicht dass es eine Möglichkeit gibt auf Berge zu klettern und klar kann man jetzt natürlich sagen das ist halt ein Explorationsspiel jetzt gehst du halt hier wieder weg aber ich denke ja nicht dass ich hier vor einer verschlossenen Tür stehe für das ich den Schlüssel brauche sondern ich denke ich finde das verdammte Ogre Lager nicht ich laufe hier nochmal rum und nochmal rum ich muss es doch übersehen haben und das gibt es an ein paar Stellen aber ich meine wir sprechen von einem Rollenspiel von 91 das ist halt nicht an allen Stellen so dass es deine Hand so hält um dir solche Sachen zu erklären ist aber halt ein Beispiel dafür dass es stark so funktioniert dass du immer eine bestimmte Fähigkeit brauchst oder einen bestimmten Spell oder einen bestimmten Gegenstand um eine Sache zu machen und auch diesen Kombinationen ergibt sich das Weiterkommen im Spiel und die Sprüche machen auch einen riesen Unterschied Genau das ist schon richtig aber du hast eben immer die Gelegenheit auch woanders erstmal hinzugehen um dort weiterzukommen und dafür gibt es ja dann ab dem dritten Teil auch einen Questlog das dir alle noch offenen Quests anzeigt also da wirst du auch viele Spielstunden später noch drinstehen haben dass du das Ogerlager noch ausräuchern sollst und zu dem Zeitpunkt hast du dann vielleicht inzwischen schon den Skill in die Berge zu gehen Genau das tut auch nicht weh Ja es ist so ein bisschen schizophren nichtsdestotrotz wäre meine Einschätzung von Might & Magic Abteil 345 was das Alleinstellungsmerkmal die Besonderheit dieser Serie angeht wäre dass es im Endeffekt die ersten Casual-Rollenspiele sind und das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgehangen aber lass mich mal ein Plädoyer dazu sagen du hast viele Sachen schon mir vorgelegt die Bälle schon auf den Elfmeterpunkt gelegt die ich nur noch reinschießen muss was die Komfortfunktionen angeht zum Beispiel was die Bedeutung von diesen Funktionen angeht der Automap des freien Speicherns und so weiter aber es ist auch ein Spiel das vor allen Dingen von Teil 2 auf 3 einen großen Teil an seiner Rollenspielmechaniken auf einmal anfängt vor dem Spieler zu verbergen es ist zum Beispiel ein Rollenspiel bei dem du bei Levelaufstiegen überhaupt keine Wahlmöglichkeit hast wie in den Final Fantasy Rollenspielen deine Charaktere werden automatisch besser und du triffst dir überhaupt keine Entscheidung Levelaufstieg fertig also es ist ein Spiel das die allermeisten Zahlenwerte vor dir verbirgt die siehst du eigentlich nur im Statusbildschirm deiner Charaktere da kannst du mal reinschauen wie viel Lebensenergie sie gerade haben aber in der Praxis brauchst du es gar nicht weil das ersetzt es durch viel einfachere visuelle Systeme nämlich diese Ampelfarben in den Diamanten unter deinen jeweiligen Charakteren und bei den Gegnern ganz genauso es ist ein einfaches gelb-grün-rot System und ich muss überhaupt nie wissen wie viel Schaden ich gerade einem Gegner mache oder wie viele Lebenspunkte der noch hat das weiß ich überhaupt nicht ich habe keine Möglichkeit das zu wissen denn das Spiel verbirgt das vor mir und ich finde das schön dass es viele Dinge vereinfacht im ersten My The Magic gibt es noch Nahrungsmittel das ist was was sich auch durchzieht durch die Serie also auch mindestens zum fünften Teil wenn du schläfst müssen deine Leute auch essen und da hat aber jeder einzelne deiner Charaktere noch einen eigenen Nahrungsvorrat und dann wird die Zahl der Rationen angezeigt ab dem dritten Teil gibt es einen gesammelten Pool von Nahrung für deine ganze Party und dir wird auch nicht mehr angezeigt wie viele Rationen du hast sondern wie viele Tage du damit überleben kannst und das ist also ein kleines Beispiel aber eines wo komplexere Mechanik und Zahlenwerke runtergebrochen werden auf etwas viel einfacheres viel verständlicheres oder sowas wie Fernkampf was in einem Wizardry in einem Bard's Tale auch in dem ersten My The Magic noch heißt in den Kampfrunden kannst du für deinen Charakter wählen ob er jetzt angreifen will mit dem Schwert oder halt schießen oder aus der Entfernung schießen für jeden individuell jetzt ist es der Shooter-Modus du stehst auf der Karte drückst die S-Taste für schießen und alle deine Sprungschützen schießen automatisch einen Pfeil in die Richtung Runde vorbei fertig also einfacher kann man einen Schussbefehl in einem Rollenspiel nicht mehr machen das ist wirklich auf das Basalste runtergebrochen und dann gibt es dieses ganze visuelle Feedback das wir schon erwählt haben es gibt klare Reaktionen von Monstern wenn sie getroffen sind Blutspritzer in verschiedenen Größenordnungen die anzeigen wie stark du sie getroffen hast es gibt für jeden Elementar-Schadenstypen ein eigenes Symbol das dir immer sofort klar macht aha hier bin ich jetzt von einem Eiszauber getroffen worden und es gibt diese Statusveränderungen in den Gesichtern meiner Leute also die Lesbarkeit von dem was passiert auf der visuellen Ebene nicht auf der Ebene von Text oder Einblendungen oder sowas ist sehr hoch und steht im Vordergrund und andere Bequemlichkeiten wie das wenn du schläfst dann wird die gesamte Lebensenergie die gesamte Mana-Energie deiner Charaktere wieder hergestellt es werden keine Fragen gestellt es ist einfach so du musst nicht bestimmen wie viele Stunden du schlafen möchtest damit hier Charakter X auch wieder voll geheilt wird das gibt es alles nicht in diesem Rollenspiel ein Tastendruck und bam sie sind alle wieder geheilt und sind voll funktionsfähig und das ist der Fokus auf den Might Magic in dieser Zeit hinarbeitet das macht alles ein bisschen leichter es macht alles ein bisschen verständlicher als es der Rollenspielstandard wäre es fasst Sachen zusammen das finde ich ist einer der wesentlichen Punkte dass es halt verschiedene Funktionen einfach bündelt das Schlafen ist tatsächlich eines der besten Beispiele das finde ich auch du hast das Sprüche memorisieren das ja in D&D immer ein Riesending ist dass du halt vorm Schlafengehen noch überlegen musst was dann die Leute für Sprüche lernen wollen und dass du dann so ein Setup da hast du hast natürlich in einem D&D Spiel einfach mehr Kontrolle dann darüber aber das ist ja nichts was man will eigentlich und hier hast du einfach ein Mana System das ist eh das einfachere und die Mana ist wieder voll und fertig und dazu halt das normale Aufladen und das Skill System das wir schon ein paar Mal erwähnt haben ist auch bei den Skills immer so ein On-Off du hast den Skill oder hast den nicht du entwickelst die Skills nicht weiter wenn du Kartografie kannst dann hast du halt die Automap und damit war es das auch es gibt auch Skills die einfach nur Boni bringen und so aber du musst nie irgendwie sagen ich habe keine Ahnung den Deep Skill auf 15 die Skills sind immer bloß so eine Art Zugangszertifikat auf irgendeine Sache und die Zufallschancen so sie dann gebraucht werden werden immer über die Werte entschieden bei den Stats ist es schon auch immer einigermaßen kompliziert da hat es halt auch Glück und Intelligenz und Stärke also Might nennen sie das hier und Geschicklichkeit was ich ja Accuracy nenne und so und es arbeitet mit einem relativ großen Layer an Resistenzen die sich auch im Spiel auswirken du hast es schon erzählt mit den Elementarzaubern wenn du dann den Abwehrzauber kannst und so also du hast schon viel Rollenspiel typische Entscheidungsmöglichkeiten noch es nimmt dir aber halt einfach viel von dem Mühsamen ab vom Würfeln vom Ausrechnen vom Überlegen ich würde trotzdem nicht sagen dass es Casual ist also ich finde Casual ist ja jetzt eh nur mehr so ein Schlagwort aber ich würde auch nicht sagen dass es super zugänglich ist weil es halt dieses Explorative hat und dich gar nicht führen will da drin das ist schon glaube ich was das Spiel schwieriger macht weil du musst halt einfach diese Durchhaltefähigkeit haben dass du einfach alles anschaust und jeden Stein umdrehst um dann die Sachen zu finden die zufällig zu anderen Sachen passen ja also es hat immer noch eine gewisse Hürde und Lernkurve es ist kein Einsteigerspiel und Casual im Hinblick auf Einsteigerfreundlichkeit und Zugänglichkeit ist ja nur ein Aspekt davon ich finde fast ein stärkerer Case dafür dass es ein Casual Rollenspiel ist es eigentlich was anderes wenn du den Zugang erstmal gefunden hast dann fordert es kein großes mentales Investment ab ja du musst Entscheidungen treffen auch in Might and Magic und ja du musst auch ein paar Fäden im Kopf behalten wo muss ich jetzt als nächstes hin und sowas aber das sind ja alles unkomplexe Entscheidungen das sind ja fast alles Entweder-Oder- Entscheidungen im Spiel es gibt nichts was irgendeinen großen Tiefgang hätte und es gibt keinen großen Zusammenhang den du im Kopf behalten müsstest weißt du wenn ich in Baldur's Gate ein paar Tage nicht gespielt habe eine Woche nicht gespielt habe dann ist das ein Akt so eine neue Session ja da muss ich mich wieder reindenken was waren nochmal die Skills meine Charaktere wo war ich in der Story was für Quests habe ich und das spiele ich nicht für 5 Minuten das ist ein abendfüllende Aufgabe dann in Baldur's Gate zu starten oder eins von den großen Erzählrollenspielen ein Might & Magic erfordert mir nichts dergleichen ab das ist casual in der Hinsicht dass ich problemlos eine kurze erfolgreiche Session in dem Spiel machen kann weil alles in Might & Magic geht schnell ich kann häppchenweise spielen eine neue Region auf der Oberkarte erkunden und von Monstern befreien eine Viertelstunde eine Stadt befreien eine halbe Stunde ein Dungeon maximal eine Stunde das ist super für kurze Sitzungen kann da problemlos ein paar Tage Pause machen komm da easy wieder rein also nichts davon erfordert mir ein tiefes mentales Investment ab und das ist für mich viel stärker die Definition von einem Casual-Spiel Ja das trifft es gut finde ich also mein Gefühl beim Spielen war ach das spielt sich so weg ja genau ich hatte angefangen und hatte am Anfang so ein bisschen so ein Gefühl von der Sperrigkeit das ist ja ganz normal bei älteren Spielen und vor allen Dingen bei Rollenspielen das ist ja auch ein Spiel das 30 Jahre alt ist und dieses Gefühl von ich spiele jetzt hier ein sperriges altes Spiel war nach einer Spielstunde weg natürlich hat es ein paar kleine Sperrigkeiten es ist halt ein altes Spiel aber es hat auch so viel überraschende Komfortfunktionen dass ich die ganze Zeit gar nicht das Gefühl hatte ich spiele ein wirklich altes Spiel also man sieht es natürlich und ich bin da so an den meisten Stellen wie durch Butter durchgeschnitten ja man kann es nicht besser sagen als wie du es gerade gesagt hast das spielt sich so weg das ist der Charme von Might & Magic 3, 4, 5 das sind Rollenspiele aus dieser Ära die gleichzeitig viel visuelle Belohnung haben viel Abwechslung die imposant aussehen aber eine niedrige Einstiegshürde und die sich relativ easy so wegspielen und je nachdem was man von seinem Spiel erwartet kann man das für unterkomplex und trivial und anspruchslos halten oder für eine schöne unterhaltsame Zerstreuung und ich bin definitiv im letzteren Lager ja mir fehlt die Immersion ich habe es schon angedeutet aber ich habe es auch also ich habe den Vierer habe ich 30 Stunden dran gespielt immerhin und das ist ja für ein Might & Magic Spiel schon eher ein kurzes dann ja die ersten sind ja viel länger das war aber auch keine unangenehme Erfahrung konnte man ganz gut so spielen ja und wir können unsere Besprechung über Might & Magic 4 und 5 natürlich nicht abschließen ohne da nicht auch das Killer Feature zu erwähnen das ist nämlich wirklich eine Besonderheit der Spielegeschichte dass wir hier zwei Spiele haben die sich eigentlich fast zueinander verhalten wie Hauptteil und Add-on also Teil 4 Clouds of Xen ist der Hauptteil und Teil 5 ist das gleiche Spiel nochmal mit mehr Inhalt da hat sich wirklich fast gar nichts verändert und du kannst die auch unabhängig voneinander spielen oder du kannst deine Party importieren vom vierten in den fünften Teil vor allem aber wenn du beide Spiele hast die zum Vollpreis erschienen sind im Abstand von einem Jahr dann kannst du sie verbinden dann installiert sich Dark Side of Xen über dein existierendes Might & Magic 4 Clouds of Xen und fügt sich dann zusammen zur World of Xen und belegt hammermäßige 32 Megabyte auf der Festplatte da mussten wir schon schlucken damals bei der Größenordnung und dann kannst du von dem vierten Teil in den fünften Teil nahtlos wechseln mit deiner Party und auch wieder zurück dann ist das eine in sich geschlossene Spielwelt sodass das was du dann auch separat spielen könntest also jetzt gemeinsam spielen kannst und es gibt dann noch ein letztes Spieldrittel sozusagen nämlich zusätzliche Dungeons zusätzliche Quests eine zusätzliche Aufgabe die dann noch freigeschaltet wird nach dem Ende von Dark Side of Xen also dem fünften Teil gibt es noch einen finalen Abschnitt und der endet auch noch mal in einer finalen Endsequenz denn das Ende von Dark Side of Xen von Teil 5 ist das Ende eigentlich der Shelton-Geschichte Korak opfert sich dann um sich und Shelton zu vernichten und dann ist die Gefahr gebannt durch diese beiden Androiden und damit eigentlich der Frieden wieder hergestellt aber dann gibt es als Epilog also in der World of Xen noch den Nachtrag dass man aus dieser künstlichen Welt die ja flach ist die eine der Sonne zugewandte Lichtseite hat Clouds und eine der Sonne abgewandte dunkle Seite eben die Dark Side of Xen dass man diese beiden voneinander getrennten Seiten miteinander vereint dann wird nämlich die Welt zu einem Globus umgewandelt wie auch immer das funktionieren soll aber es ist eine schöne spektakuläre Animation am Ende also es ist wirklich auch wieder Eye Candy und das ist dann das wahre Happy End Prinz Roland und Prinzessin Kalindra von den beiden unterschiedlichen Seiten die Thronfolge jeweils heiraten dann auch noch also auch politisch ist dann alles vereint also besser könnte es gar nicht sein das ist schon ganz schön fett also nicht nur die ganzen Extra-Inhalte sondern auch die Möglichkeit zwischen diesen beiden Seiten zu wechseln es ist wirklich schon ein Wechsel es gibt im Spiel so Teleporter durch die du gehen kannst du kannst dich eh in dem Spiel viel rum teleportieren mit Zaubersprüchen und es gibt so eine Art grundlegendes Teleport-System so Spiegel im Spiel da kannst du dann reingehen und dann kannst du den Namen eines anderen Ortes eintippen und dann wirst du dahin teleportiert also um die Karte abzukürzen und sowas ähnliches so kleine Pyramiden stehen überall auch in der Welt und mit denen kannst du zwischen den beiden Teilen hin und her wechseln cooler wäre es natürlich die würden einfach aneinander angrenzen ja man könnte von dem einen in den anderen laufen aber sie sind ja ich weiß auf der Unterseite und der Oberseite deswegen geht das natürlich nicht deswegen muss man sich da hin und her teleportieren aber das ist schon ganz schön cool weil dann hast du ein ganz anderes Monster-Set die Städte sehen anders aus es ist jetzt also nicht spektakulär anders aber die Darkseite hat schon einen ganz anderen Vibe ja und das ist halt natürlich dadurch ein riesiges Spiel auch kommerziell ein ganz guter Schachzug weil schon als Might and Magic 4 rauskam war klar dass es diese Verbindung mit dem dann folgenden fünften Teil geben würde und in der Spielwelt von Might and Magic 4 sind schon Orte die nicht zu betreten sind in dem Spiel also in der Wüste zum Beispiel gibt es zwei Sphinx und die nördliche Sphinx kannst du betreten aber die südliche nicht die ist einfach unzugänglich in Might and Magic 4 das ist ein Ort der nur dann zugänglich wird wenn du Teil 5 auch kaufst und die beiden Spiele miteinander verbindest da so Locked Content möglicherweise On-Disk DLC sozusagen wobei ich glaube das war nicht in den Spieldaten von Clouds of Xen mit dabei aber das wird dir dann halt noch mit aufgeschlossen und das war also für uns damals war das ein zwingender Grund auf jeden Fall auch den fünften Teil besitzen zu müssen Ja das war eine spektakuläre Idee die es ja sonst fast nicht gegeben hat er hat in einem Interview erzählt sie hätten das nicht sicher gewusst sie hätten die Idee gehabt bei der Entwicklung von Teil 1 und hätten dann alle Vorbereitungen alle Hooks im Code dafür gemacht um das möglich zu machen und dann bei der Entwicklung von Teil 2 hätten sie genug Zeit gehabt um das Feature dann fertig zu machen dass das dann so sich zusammenfügen kann es klingt ein bisschen so als wäre das alles von Anfang an geplant gewesen und auch fest erwartet gewesen aber es ist natürlich ein spektakulär gutes Feature weil es halt auch nicht nur das Spiel besser macht und das Spiel interessanter macht und den Spieler belohnt der zwei Spiele kauft es hat ihnen natürlich auch eine super Möglichkeit gegeben eine Special Edition hinterher zu machen oder eine Game of the Year Edition indem sie halt einfach gleich das fertige doppelte Spiel anbieten Stimmt so war es dann auch zwei Jahre oder ein Jahr später kam dann halt World of Xen raus das waren halt gleich beide Spiele zusammengefügt und World of Xen ist auch das was man heutzutage kaufen kann von diesen beiden Spielen es gibt diese ganze Serie 1 bis 6 gibt es für kleines Geld auf GOG.com oder GOG und da sind schon Teil 4 und Teil 5 als World of Xen drin Xen ist übrigens weil wir es gar nicht erwähnt haben Xen ist übrigens so ein Zwischengegner eigentlich also in Teil 5 bist du wieder gegen Sheldham der uns Teil 1 begleitet aber in Teil 4 geht es plötzlich gegen Xen Lords Xen wer immer das ist so ein Typ den Sheldham geschickt hat keine Ahnung ja und Xen ist ja gleichzeitig auch der Name der Welt auf der WSDS ist verwirrend das ist aber auch alles egal wenn man die Might and Magic Erfahrung heute nochmal machen möchte dann würde ich zu der World of Xen raten also Teil 4 und 5 und nicht unbedingt zum dritten Teil also damit anzufangen den kann man dann auch gut nochmal nachholen hinterher ja und Might and Magic 3, 4, 5 waren auch sehr erfolgreiche Spieler New World Computing generell eine Firma der ist ja immer noch ein unabhängiger Publisher in der ersten Hälfte der 90er denen es sehr gut ging die eine ganze Reihe von Spielen auf den Markt gebracht haben auch eine ordentliche Bandbreite hatten auf über 100 Mitarbeiter angewachsen sind und 1996 verkauft John van Cunningham seine Firma dann an 3DO für 13 Millionen Dollar bleibt aber weiterhin an Bord als President also als einer der höchsten Manager dort um weiterhin Spiele zu machen was er eigentlich machen möchte ist ein Online-Rollenspiel aber daraus wird er nichts und so kehrt er dann auch wieder zu seiner Might and Magic Serie zurück und es geht weiter mit Might and Magic 6 mit großem Abstand dann erst im Jahr 1998 aber das ist eine neue Generation und damit auch eine neue Geschichte die wir wann anders erzählen werden genau damit sind wir am Ende unserer Tour de France durch die ersten 5 Might and Magic Spiele vielen Dank Christian für die Einsichten und die leicht fragwürdigen Meinungen und vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal ja danke auch Gunnar und ich kann an der Stelle schon mal sagen ich habe noch längst nicht mein ganzes Pulver verschossen wir werden da eine wusste dir eigentlich Folge für unsere Unterstützer noch nachschieben können auf jeden Fall gut dann herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal ciao ciao bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal